Im Totenland an der Volga. Der Kampf um Stalingrad 1942-43. In den ersten September-Tagen des Jahres 1942 brach die Verteidigung von Stalingrad zusammen. Schnelle deutsche Verbände hatten den inneren Sperrgürtel an mehreren Stellen aufgerissen, waren durchgestoßen und jagten auf den Stadtrand zu. Die Sowjets kämpften zwar tapfer und verbissen und krallten sich an jedem Meter Boden fest, konnten sich jedoch nicht halten und mussten zurückweichen. In der Südstadt und in Stalingrad Mitte tobten Straßenkämpfe, ein Widerstandsnest nach dem anderen fiel. Von Sturzkampfbombern, Panzer und Flugabwehrkanonen unterstützt, kämpften sich deutsche Panzergrenadiere zur Volga vor und gruben sich ein. Nur im Norden, im Industrievorort Spartakowka, konnte sich die Verteidigung noch halten. In der Stadt herrschte Chaos. Stalingrad ging seiner schwersten Stunde entgegen. Angesichts dieser verzweifelten Lage verlor General Lopatin die Nerven und erklärte, dass die Stadt nicht länger gehalten werden könne. Er schlug Stalin vor, Stalingrad räumen zu lassen, die Reste der zerschlagenen 62. Armee über die Volga zurückzunehmen und sie dadurch vor der völligen Vernichtung zu bewahren. Aber Stalin dachte nicht daran, die Stadt, die seinen Namen trug, dem Gegner zu überlassen. Es ging ihm nicht um den Trümmerhaufen, es ging ihm um den Strom. Wenn die Deutschen die Volga abschnitten, waren die Ölquellen im Kaukasus und der Nachschubweg zur Kaukasusfront für ihn verloren. Er setzte Lopatin kurzerhand ab und beauftragte Generaloberst Jeremenko, einen stahlharten Mann an dessen Platz zu stellen. Gleichzeitig machte er seinen erfolgreichen Einpeitscher Nikita Khrushchev zum Chef des Frontkriegsrates Stalingrad und stattete ihn mit nahezu unbeschränkten Befugnissen aus. Stalin hatte damit einen glücklichen Griff getan. Generaloberst Jeremenko, Chef der Heeresgruppe Stalingrad, setzte sich mit Khrushchev zusammen. Die beiden berieten lange hin und her. Schließlich kamen sie überein, General Schuikow zum Oberbefehlshaber der verwaisten 62. Armee zu ernennen. Auch das war ein glücklicher Griff. General Vassili Schuikow war nicht nur überdurchschnittlich begabt und imstande, weiträumige militärische Operationen zu planen und auszuführen. Er war außerdem ein ungemein mutiger Mann, rasch entschlossen, hart und von unerhörter Zähigkeit. Überdies hatte er allen anderen im Augenblick zur Verfügung stehenden Heerführern eines voraus. Bis vor kurzem war er im fernen Osten eingesetzt gewesen und hatte demnach die katastrophalen Niederlagen, welche die Rote Armee in den Sommermonaten 1941 hinnehmen musste, nicht mitgemacht. Seine Zuversicht und der Glaube an den Sieg waren also noch ungebrochen. In ihm loderte ein mit unbändigem Fanatismus gepaarter Feuergeist, der seine Soldaten einfach mitriss. Schuikow übernahm die 62. Armee und erklärte einfach, »Wenn wir Stalingrad preisgeben, würde das die Moral unseres Volkes zerstören. Das wäre das Ende. Ich schwöre, dass ich die Stadt nicht verlassen werde.« Zwölf Stunden später war Schuikows Armeegefechts stammt ein rauchender Trümmerhaufen. Der General siedelte in die Zariza-Schlucht über. Der neue Unterstand lag dicht am Steilufer der Volga. Es war ein richtiger Fuchsbau, der mehrere Ausgänge hatte. »Das alles bedeutet nichts«, erklärte er seinen fassungslosen Stabsoffizieren. »Die Hauptsache ist, dass wir Zeit gewinnen, um frische Kräfte und Material heranschaffen zu können. Zeit ist Blut, Genossen. Hämmert das immer wieder in die Hirne der Kommandeure hinein, auch wenn sie es nicht gerne hören. Zeit ist Blut! Zeit ist Blut!« Nikita Kuluschow wurde zum Wanderprediger. Er zog von einer Einheit zur anderen und stauchte Kommandeure und Unterführer zusammen. Die Deutschen drangen dennoch überall vor. Es ging zwar zäh, aber es ging. Im Norden machte der Vorort Spatakowka Schwierigkeiten. Es war nicht einfach hineinzukommen. Aber Anfang November waren neun Zehntel der Stadt in deutscher Hand. Und am 8. November hob Hitler in seiner berühmten Rede im Münchner Löwenbräukeller an, den Deutschen die Lage zu erklären. Er sagte, »Ich wollte zur Volga kommen, an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt«, zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Sie können ja auch ganz anders heißen. Sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Darunter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine und des Kuban-Gebietes, um nach dem Norden transportiert zu werden. Dort ist das Manganerz befördert worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Diese kleinen Plätzchen waren ein Zehntel der Stadt, die Hitler mit Stoßtrupps nehmen lassen wollte, weil ich dort kein zweites Verdun haben will, wie er sagte. Aber dann wendete sich das Blatt plötzlich. Starke sowjetische Verbände stießen in den großen Donnburgen hinein und setzten zu einer gewaltigen Zangenbewegung an. Am 23. November schlossen sich die Zangenbacken bei Kalaj. Und 20 deutsche Divisionen saßen in einer riesigen Falle. Unaufhaltsam stampfte das Unheil heran. Anfang Februar 1943 taumelten rund 90.000 von Hunger, Kälte und übermenschlichen Anstrengungen ausgemergelte deutsche Soldaten in die Gefangenschaft. 90.000 von 230.000. Es war ein Leichenzug. Die anderen lagen unter Schutt und Trümmern begraben, in verschütteten Kellerlöchern und eingestürzten Schächten, in zerschossenen Waldstücken und unter dem meterhohen Schnee in der von eisigen Stürmen umtosten Steppe. Das Kellergewölbe schwankte unter dem Detonationsdruck des Besten dorussischer Krammärten. Wenn es ganz in der Nähe niederkrachte, gerieten die mächtigen Mauern aus dem Winkel, und es hatte den Anschein, als wollten sie auseinanderfallen. Ziegelsplitternd Mörtelbrocken rieselten aus handbreiten Rissen herab, und mehlfeiner Staub vernebelte den großen Raum. Um die zuckenden Flammen der Kerzenstümpfchen schwebte ein blasser, kreisrunder Schein. Ich komme mir hier vor wie in einer vermoderten Gruff, die jeden Augenblick über uns zusammenstürzen kann, knurrte Hauptmann Leuthold. Wir haben uns da ein feines Quartier ausgesucht. Er hustete beißenden Staub aus und pustete sich die verstopfte Nase frei. Über uns ist ein Kinosaal, berichtete Unteroffizier Unterkircher trocken. Da oben ist die Luft reiner, weil die eine Wand fehlt. Man hat einen prachtvollen Ausblick auf die Wolga und sieht den Holzlagerplatz brennen. Ich bedanke mich, brummte der Hauptmann. Da hocke ich schon lieber hier und fresse zentnerweise Staub. Wo steckt bloß der Rostkamp? Eigentlich könnte er schon zurück sein. Es geht lebhaft so, Herr Hauptmann. Der Ivan schießt über den Strom herüber und unsere Ari bleibt ihm nicht schuldig. Die da drüben haben wieder etwas vor. Wenn Fettwebel rauskommt... Das Kellergewölbe duckte sich, als habe ihm ein Urweltgigant einen wuchtigen Faustschlag versetzt. Die Wände wackelten und die Kerzen erlöschen. Das ist die Heeres 8-8, erklärte Unterkircher. Sie ist gleich nebenan in Stellung gegangen und schießt zurück. Die haben uns gerade noch gefehlt, schimpfte der Kompaniechef. Wenn die Roten etwas merken, bekommen wir den ganzen Segen auf die Köpfe. Auf ein bisschen mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an, sagte der Unteroffizier achselzuckend und zündete die Kerzen wieder an. Die Lage ist so oder so dreckig genug. Prasselnd und polternd kam ein Teil der Decke herab. Die nachrutschenden Schuttmassen füllten eine Ecke des Raumes aus. »Jetzt ist die zweite Wand auch beim Teufel«, nickte der Unteroffizier. »Wir werden bald im Freien sitzen und frische Luft haben.« »Mit den Nerven sind sie recht gut beisammen«, sagte Lothar Grimmich. »Die reichen noch für eine ganze Weile.« Getrampel von genagelten Schuhen war jetzt auf der Kellertreppe zu hören. Unteroffizier Unterkircher griff hastig nach seiner Maschinenpistole und blies die Katzen aus. Ihr wusste mal niemals ganz genau, wer kam. Es war aber nur Feldwebel Rosskamp. Hinter ihm tappte der Obergefreite Beutelschläger. Der Obergefreiter trug einen prallgefüllten Sack auf dem Rücken. Als er ihn auf den Berg Schutt fallen ließ, schepperte es blechern. Unterkircher legte die Maschinenpistole beiseite und zündete die Lichter wieder. Hauptmann Leuthold fragte verwundert, »Was bringen Sie daraus, Kamp? Haben Sie vielleicht eine Eisenhandlung ausgeplündert?« Der Feldwebel grinste. »Ein paar Kostbromen aus der Konservenfabrik, nichts Besonderes, bloß Hammelfleisch. Wo die guten Sachen liegen, steckt vorläufig noch der Russe drin, aber die bekommen wir auch noch.« »Nicht schlecht«, lobte der Kompaniechef. »Aber was essen wir dazu?« »Die Brotfabrik kommt schon noch dran. Die Lagerräume sollen bis oben angestopft sein. Langsam«, bremste Leuthold ab, »da liegt noch allerhand dazwischen.« Roskamp machte eine geringschätzige Bewegung. »Überall geht es mächtig voran, Herr Hauptmann. Es kann nicht mehr viel passieren. Die Gießerei und die Schwefelsäurefabrik können wir ruhig abschreiben. Im Metallurgischen Berg stehen Sie vor dem Ende und denen in den Stellwerken am Südbahnhof geht langsam die Luft aus. Noch ein paar Rucke und wir sind durch dieses Kaffdeuch.« Er zählte an den Fingern einer Hand ab. »In längstens zwei, drei Tagen werden die Nordstadt und Stalingrad mit erledigt sein. Und dann muss nur noch aufgeräumt werden.« Hauptmann Leuthold blinzelte misstrauisch. »Sagen Sie ehrlich, Roskamp, sind Sie vielleicht nicht auch an einer Schnapsbrennerei vorbeigekommen?« »Schön wär's, Herr Hauptmann, aber diese Brüder hier haben ja nichts mehr. Ein Elendsnest durch und durch. Solange es ist, so ausgedörrt und armselig ist es von droben bis herunter.« Wie zum Hohn hämmerten draußen russische Maschinengewehre und krachten an Kramaten. Das war ganz in der Nähe. »Die letzten Zuckungen,« sagte Feldwebel Roskamp. »Sie müssen, weil Ihre Kommissare mit gezogenen Pistolen hinter Ihnen stehen und Sie nicht aus den Augen lassen. Für Sie ist nichts mehr zu retten. Morgen früh sind wir bei der Dampffähre und schneiden dem Fuhrgeschäft den Lebensfaden ab.« Hauptmann Leutert hörte nur mit einem Ohr hin. Unterkircher lächelte spöttisch. »Du bist mal wieder ganz schön in Fahrt, Herr Kamerad.« »Und ist das vielleicht nicht so?« fuhr der Feldwebel auf. »Das machen die von der 295. so nebenbei, mit der linken Hand. Jetzt sind die gerade dabei, die Pack- und die Granatwerferstellungen am Hauptbahnhof zu erledigen. Bloß der Getreidesilo macht noch Schwierigkeiten. Weiß der Teufel, warum die Thüringer Musterschüler diesmal nicht recht kennen? Kein Schwung drin, keine Sache, nichts.« »Was hört man beim Bataillon?« »Der Bataillonsstab liegt nicht mehr in der Landwirtschaftsschule. Die existiert nicht mehr. Die Herren sind umgezogen und regieren jetzt im Waagehaus des Rübenkombinats. Telefonverbindungen gibt es keine. Alles müssen Melder machen. Deshalb haben wir so lange herumsuchen müssen. Kein Mensch weiß was und die Luft ist ziemlich eisenhaltig. Man ist seines Lebens nicht mehr sicher. Ach, das hätte ich beinahe vergessen.« Er warf ein paar abgerissene Wische auf den Bretterverschlag, der als Tisch diente und grunzte verächtlich. »Der Tagesbefehl, Herr Hauptmann, mitten in der Nacht. Es geht alles drunter und drüber, kein richtiger Schreibstubendienst mehr, kein Schriftverkehr, wie es sich gehört. Kaum ist ein Befehl heraus, ist alles schon wieder ganz anders. Schauderhafte Zustände.« Er hielt eine zerknitterte Papierrolle hoch und zwinkerte dem Unteroffizier boshaft zu. »Etwas für Sie, Herr 1a-Schreiber, nämlich die neueste Generalstabskarte für die nächsten Schlachten. Leicht beschädigt, weil ich mich ein paar Mal habe hinschmeißen müssen. Der Schneider will Sie wieder glatt bügeln.« Die Generalstabskarte war ein einfacher Stadtplan von Stalingrad, wie er im Schulunterricht verwendet wird. Die Zaritzer-Schlucht war rot angezeichnet. Ein dicker Pfeil wies auf eine Stelle nahe dem Wolgerufer. Einige kleinere pickten wie gierige Raubvogelschnäbel gegen Punkte in der Puschkinstraße. Hauptmann Leutold überflog den Tagesbefehl, aber das alles war längst nicht mehr wahr. Dann wandte er sich dem Stadtplan zu und legte den Zeigefinger auf den dicken roten Pfeil. »Also hier drin steckt der neue rote Chef. Wir werden ihn und seinen Stab wie Dachse ausgraben müssen. Haben Sie vielleicht erfahren, wer mitmacht und wann es losgehen soll?« »Wer mitmachen wird, steht noch nicht fest. Viel erwartet man sich beim Bataillon nicht, weil ja jeder Haufen mit Aufträgen eingedeckt ist und nicht weiß, wo er zuerst anfangen soll. Ich kann mir auch nicht recht vorstellen.« Das Deckengewölbe platzte auf und es regnete Ziegelborken und Schutt. »Raus!« brüllte Hauptmann Leutold und raffte im Finstern den Papierkram zusammen. »Unterkircher! Passen Sie mir gut auf den Stadtplan auf!« Ein Teil des Treppenhauses war eingestürzt und die Stufen waren abgerutscht. Sie mussten über Schutthalten klettern und sich durch einen engen Durchschlupf hindurchziehen. Ein Stück von der breiten Toreinfahrt stand noch. Um sie herum zuckten und krachten schwere Einschläge. Irgendwo in der Nähe peitschten Karabinerschüsse und platzten Handkranaten. Ganz rechts ploppten Granatwerfer. Die Türposten lagen hinter einem geborstenen Mauersoppel in Deckung, denn hin und wieder zitterten Leuchtspurfäden aus den Hausruinen herüber. Eine schattenhafte Gestalt kam im Zickzack die Straße heraufgehetzt. Da fauchte es heran. Die Gestalt war mit einem Riesensatz im Torgang und prallte gegen Hauptmann Leutold. Geistesgegenwärtig schnellte der Mann zur Seite und holte blitzschnell zum Schlag aus. Im aufzuckenden Feuerschein des Einschlages sah er aber offenbar das deutsche Kreuz in Gold blinken. Da ließ er den erhobenen Arm wieder sinken und keuchte. Melder vom Bataillon, ist hier die dritte Kompanie? Leider, was gibt's? Die Kompanie, Chef, sofort zum Kommandeur, gleich hinter dem Sägewerk. Die Einweiser stehen an der Straße, alles ist abmarschbereit zu halten. Ein prima Bursche, nickte Hauptmann Leutold anerkennend. Die haben's auch nicht leicht. Feldwebel Rauskamp, trommeln Sie die Leute zusammen und Sie, Unterkircher, kommen mit mir. Sie warteten nach dem nächsten Einschlag ab, dann rannten sie die Straße hinunter. Das Sägewerk brannte und die eisernen Streben des Wasserturmes glühten dunkelrot. Der Turm stand schräg und drohte jeden Augenblick umzukippen, weil eine Granate sein Fundament getroffen und an einer Ecke aufgerissen hatte. Hinter einem Pfeiler der Einfahrt kauerten die Einweiser. Ein Trupp Pioniere kam vorüber. Die russischen Batterien verlegten jetzt das Feuermeer nach Süden und beschossen die Altstadt. Hier herein krachten bloß noch vereinzelte Streuer. Kurz nach dem Eintreffen der Chefs der ersten und zweiten Kompanie und der zugeteilten SMG-Züge tauchte der Bataillonskommandeur auf. Na, meine Herren, wir gehen gleich zum Chef. Es ist nicht sehr weit, bloß ein paar Schritte über die Straße hinüber. Ein schwerer Brocken orgelte heran und schlug irgendwo drüben an der Bahnlinie ein. Ein Blindgänger. Bei der Fähre sind Sie durchgebrochen, erklärte der Kommandeur. Mehr weiß ich selbst nicht, angeblich mit Panzern. Wir werden ja hören. Der Gefechtsstamm des Regiments war im Maschinenraum einer Möbelfabrik untergebracht. Der Zugang führte durch einen Abwasserschacht. Neben dem Einstieg standen Posten und zwei Maschinengewehre. Eine eiserne Leiter führte in die Tiefe hinab. Wo der gemauerte Stollen in den eigentlichen Schacht einmündete, standen SMG und eine Pack. Das Rohr ragte in den Schacht hinein. »Mahlzeit«, sagte Hauptmann leutert, »wenn die losgeht, reißt uns der Luftdruck glatt die Köpfe ab. Der Schacht geht bis zur Wolga, brummte der Wachtmeister, und am anderen Ende hockt der Iwan. Wer weiß, was sonst noch alles dazwischen liegt. Hierherum ist alles unterminiert, voller Gänge und Schlupfröhren. Von überall her kann man überall hin.« »Sie haben das noch vor sich«, knurrte der Bataillonskommandeur. »Wenn ich's erlebe, Herr Major, wenn ich's überhaupt noch erlebe.« An der Breitwand des Maschinenhauses hing ein riesiger Stadtplan, reichte von der Decke bis zum Boden herab und war gut zwei Meter breit. Am Rand zur Nordstadt, im Zentrum und besonders in der Südstadt, war alles voll mit blauen und roten Kreisen, Pfeilen und Kringeln. Die roten Pfeile bezeichneten die Stoßrichtungen der sowjetischen Kampfgruppen, die blauen, die der Deutschen. Alles war sehr exakt ausgeführt, sogar die Nummern der deutschen Verbände stimmten. Um die Anlegestellen im Zentralhafen krümmten sich dicke rote Balken und eine geschwungene Linie verband die Dampffähre mit dem Getreidesilo. »Sehr interessant«, sagte Oberstton Roch, »lässt auf manches schließen und spart uns Kopfzerbrechen. Die Herren müssen es sehr ehrlich gehabt haben, von hier zu verschwinden. Niemand hat daran gedacht, den Stadtplan mitzunehmen oder wenigstens zu vernichten.« Er legte den Zeigefinger auf eine Stelle in der Zariza-Schlucht. Wenn er sich auf die Zehenspitzen stellte, konnte er sie gerade noch erreichen. »Hier befindet sich der russische Armee-Gefechtsstand, tief unter der Erde. Er dürfte noch vorhanden sein, denn feige sind die Herren nicht.« Der Betonboden schwankte und die riesigen Maschinenblöcke klirrten. Der Regimentskommandeur nickte. »Russische Ari gehört mit dazu und bestätigt die Richtigkeit unserer Vermutung. Unser Abhörtrupp hat Funksprüche aufgefangen. Schuikow erwartet Verstärkung von drüben her. Noch in dieser Nacht soll eine komplette Gardeschützen-Division über die Wolga herüberkommen und in den Kampf eingreifen. »Die Anleggestellen im Hafen müssen also unter allen Umständen für die Sowjets offen bleiben. Und wir wieder müssen das verhindern und den Brückenkopf ausschalten. Die Division darf auf keinen Fall übersetzen, ist das klar, meine Herren?« Alles war klar und die Herren nickten. »Und jetzt kommt es. Wir sind im Augenblick Reserve und liegen der gefährdeten Stelle am nächsten. Das Unternehmen bleibt also uns. Die Besatzung des Brückenkopfes ist nicht sehr stark und so ziemlich am Ende. Das ist, ihren verzweifelten Hilferufen zu entnehmen. Außerdem ist in dem Winkewerk nicht viel Platz. Das zweite Bataillon wird genügen und die Sache machen. Herr Major Klotz ist verwundert, ich werde also die Führung übernehmen. Wir werden im Handumdrehen damit fertig sein. Halten Sie sich also bereit, meine Herren. Es kann jeden Augenblick losgehen. Wiedersehen.« Die Kompaniechefs machten sich wieder auf den Weg zu ihren Gefechtsstärken. Es herrschte dicke Luft und sie mussten sich sprungweise fortbewegen. Die russischen Batterien legten eine Feuerwand vor das Hafengebiet und riegelten es ab. Einiges davon verirrte sich bis hierher. Splitter jaulten durch die Luft. Teile von brennenden Dachstühlen, halbe Hausfassaden und abgerissene Balkone kamen herabgekraten. Immer wieder mussten sie sich hinwerfen oder in Torgängen und hinter Mauer stümpfen in Deckung gehen und die nächste Feuerpause abwarten. Dabei gerieten sie auseinander. In einem aufgerissenen Kanalschacht trafen Hauptmann Leuthold und der junge Chef der ersten Kompanie zusammen. Sie drängten sich eng aneinander und ließen den Orkan über sich hinwegfegen. »Schöne Reden können halten«, sagte der Oberleutnant wüten, »Kunststück. Zehn Meter unter der Erde ist er sicher und gut aufgehoben und die grobe Arbeit dürfen wir machen.« »Sie tun ihm Unrecht, weil sie ihn noch nicht kennen«, widersprach der Hauptmann. »Wenn es ernst wird, fährt er mitten in den größten Wirbel hinein und kennt nichts. Sie hätten ihn bei Krivroy-Rorg sehen müssen oder am Bahnhof von Kursk. Dafür hat er dann das Ritterkreuz bekommen. Aber erst haben sie ihn wieder zusammenflicken müssen wie einen zerschlissenen Sack.« »Es sieht so gar nicht danach aus.« Für einen Augenblick wurde es draußen ruhiger. »Jetzt geht's wieder, kommen Sie.« Aus einer Seitengasse kam Unteroffizier Unterkircher heraus. »Ich bin abgedrängt worden«, berichtete er, »und da bin ich quer durch die Häuser, ist ja alles offen.« »War dir nichts mehr drin?«, fragte der Hauptmann Leuthold erstaunt. »Hin und wieder ein paar Rotarmisten, aber die haben nur Augen für die Straße gehabt. Ich habe mich vorübergeschlichen.« Den Zugang zum Hafen sperrte eine nahezu ausgeblutete russische Reservekompanie. Sie schmolz erschreckend zusammen, aber sie hielt die Stellung und riegelte die Anlegestelle ab. Ihr linker Flügel stützte sich auf den brennenden Holzlagerplatz. Rechts von ihnen droschen sowjetische Batterien pausenlos hinein und machten jeden Umgehungsversuch unmöglich. Im Schutz einer riesenhaften Feierglocke setzte die 13. der sowjetischen Gardeschützendivision in Hunderten von Booten über den Strom und ging an Land. Auf gepanzerten Fähren wurden Geschütze und Granatwerfer herübergebracht. Die Lage begann kritisch zu werden. Der Regimentskommandeur, der die »schöne Rede« gehalten hatte, setzte sich an die Spitze eines führerlosen Zuges, stürmte mit ihm quer über den brennenden Holzlagerplatz und fuhr dem Gegner in die Flanke. »Fünf Minuten eher« und das Vorhaben hätte vielleicht gelingen können. Aber in diesem Augenblick legten die ersten Boote an, die Sturmtrupps sprangen heraus und griffen an. Oberst von Roch fiel, mit ihm alle seine Männer. Die Gardeschützen bildeten Stoßkeile, jagten quer durch die Stadt und besetzten wichtige Positionen auf der beherrschenden Höhe am Mamaikurgan. Sie konnten sich 24 Stunden lang halten. Stukas und schwere Geschütze donnerten auf sie. SMG-Kompanien der 295. Infanteriedivision setzten zum Sturm an und machten den Grenadieren den Weg frei. Als deutsche Stoßtrupps in die Widerstandsnester eindrangen, fanden sie nur noch Tote und Sterbende. Wieder einmal Glück gehabt, lieber Leutert, sagt der Stabsarzt Dr. Köhler erfreut. Ist nichts Besonderes, das Projektil quetscht einen Nerv gegen den Knochen, daher kommen die irrsinnigen Schmerzen. Weiß jetzt schön brav die Zähne zusammen, es wird gleich vorüber sein. Als sich die Sonde in den Schusskanal hineinbote, trieb es dem Hauptmann den Schweiß aus allen Poren. Dr. Köhler machte das jedoch sehr geschickt und musste nicht lange herumsuchen. Schon hatte er das winzige Ding und hielt es gegen das Licht. Der Hauptverbandsplatz war im Rieselraum einer Brauerei untergebracht. Die Luft war verbraucht und zum Schneiden dick, aber die Mauern und die gewölbte Decke waren meterdick. Umgestürzte Betonwannen dienten als Operationstische. Drei Assistenzärzte und zwei Unterärzte operierten am laufenden Band. Kleinere Sachen wurden von Sanitätsdienstgraden gemacht. Jedes feier Plätzchen war belegt. Sogar in den schmalen Gängen stolperte man über Verwundete und Sterbende. Die aussichtslosen Fälle wurden in den Gärraum gebracht und dort abgestellt. Es ging nicht anders. Als Hauptmann Leuthold seine Spritze bekommen hatte, wollte er auf und davon. Der Sanitätsfeldwebel erwischt ihn gerade noch. Herr Hauptmann, müssen noch eine halbe Stunde ruhig liegen, sonst wirkt das Zeug nicht richtig. Der Kompanie-Chef legte sich also hin. Die Tür kam nicht zur Ruhe und pendelte ununterbrochen hin und her. Ein Krankenträger gab dem anderen die Klinke in die Hand. Sie brachten zerfetzte und stöhnende Menschen herein. Der Strom riss einfach nicht ab. Der Hauptmann überließ seinen Platz einem Gefreiten, dem es beide Beine zerschmettert hatte und schlich sich heimlich davon. Zwei Häuser weiter traf es auch ihn. Es ging alles so schnell, dass er sicherlich nichts davon merkte. Auch in den schon überrollten Stadtteilen wurde immer noch gekämpft. Jedes Haus, nahezu jede Straßenecke und jeder Toreingang mussten mehrmals erstürmt und genommen werden. Zumeist im Nahkampf Mann gegen Mann. Dazwischen erschien ein Sturzkampfbomber und schoss Artiller, die deutsche und russische. Es war, als ginge ein riesiger Pflug über die Stadt hin. Eines jaulend Heranfahrter ging alles blitzschnell in Deckung, warf sich hin und presste sie irgendwo hinein. Dann lagen deutsche Lanzer, dicht neben Rotarmisten, Kumpel aus dem Ruhrgebiet, memelländische Fischer, Sibirier und Eismeermatrosen. Sie hielten den einen an und die Herzen schlugen ihn bis an die Hälse, einen wie den anderen. Und wenn dann die Feuerwalze über sie hinweg gebraust war, wischten sie sich den Dreck aus den Augen, sprangen auf und kämpften weiter. Viele blieben liegen. Für sie war alles zu Ende. Überall war Front. Durch alle Straßen, durch alle Seitengässchen raste die Furie, Krieg und Fraß, Menschen und Softblut. Deutsche Sturmpioniere boxten sich hindurch und prallten zur nächsten Hausruine, zur nächsten Werkshalle vor. Und hinter ihnen ging es aufs Neue los. In Stalingrad gab es kein vorn und kein hinten, kein rechts und auch kein links. Der Teufelskreis wirbelte wie verrückt herum und riss alles in seinen Sog hinein. In den Stadtteilen, bis zu denen die Angreifer noch nicht vorgedrungen waren, sah es nicht viel besser aus. Hier balten sich zurückgehende Truppenteile, fliehende Zivilisten, in Auflösung begriffene Militseinheiten und Angehörige der Fabrik während zu unentwirbaren Knollen zusammen und verstopften alle Durchlässe. Hoch mit Hausrat, Geräten und Vorräten beladene Karrenzüge, die aus der Steppe in die Stadt geflüchteten Kolchosenbauern bahnten sich rücksichtslos eine Gasse durch die brodelnden Massen und drängten vorwärts. Sie alle bewegte bloß ein einziger Gedanke, einen der nach offenen Stromübergänge zu erreichen und sich auf dem jenseitigen Wolgerufer in Sicherheit zu bringen. Das Geprassel wurde von donnernden Flugzeugmotoren überdrückt. Einer der stählernden Vögel mit gespreizten Fahrgestellen und Balkenkreuzen unter den abgewinkelten Tragflächen, ein Stuka scherte aus dem Verband aus, senkte die Schnauze und kam mit markerschütterndem Heulen niedergerauscht. Die Borgwaffen spiehen glühende Fäden aus und dann fielen die Bomben. An den Straßenkreuzungen standen fremde Auffangkommandos. Sie fahndeten nach Deserteuren und Plünderern und verstanden kaum ein Wort, stemmten sich dem Ansturm entgegen und wichen keinen Schritt zurück. Sobald ihre Offiziere die Arme in die Luft stießen, brachten sie ihre Sturmgewehre in Anschlag und, wenn sich die Arme mit einem scharfen Ruck wieder senkten, feuerten sie. In der Nacht zum 18. September musste General Schulkows seinen Armeebefehlstand in der Zarizer Schlucht fluchtartig verlassen. In den frühen Nachmittagsstunden des Vortages hatten sich deutsche Stoßtrupps durch die Pushtinstraße nahe herangearbeitet und die Nebenausgänge des Stollenlabyrinths erreicht. General Krylov, Schulkows Stabschef, setzte sich mit der Heeresgruppe in Verbindung und bat um Verstärkung. Generaloberst Jeremenko erkannte die drohende Gefahr und sagte zu. Aber die versprochene Verstärkung kam nicht. Sie wurde auf dem Anmarschweg in Kampfhandlungen verwickelt, auseinandergerissen und aufgerieben. Um die sowjetischen Verteidiger stand es schlecht. Überall. In dem wilden Durcheinander war der Führung die Übersicht völlig verloren gegangen. Überall kämpften kleinere oder größere Verbände auf eigener Faust. Die Zustände begannen chaotisch zu werden. Unter diesen Umständen wäre es Selbstmord gewesen, den sicheren Unterstand am hellen Tag zu verlassen. General Schuikow raffte also alles, was er um sich hatte, zusammen und bot es zur Verteidigung der weithin verzweigten Stollengänge auf. Stabsoffiziere, Funker, Fernsprecher, Köche, Schreiber, alle Melder und die Wachen. Sogar die Sanitäter und die Ärzte des Notlazareils wurden bewaffnet und eingesetzt. Das Armeehauptquartier musste wenigstens bis zum Einbruch der Dämmerung gehalten werden. Um jeden Preis. Deutsche Pioniere und Grenadiere unterliefen das Abwehrfeuer und drangen in den Stollen ein. In den engen Gängen wurde mit Spaten, Handgranaten, Eisenstangen und Messern erbittert gekämpft. Ein Drama von furchtbaren Ausmaßen. Bald war die Luft zum Ersticken heiß, von Dampf, Qualm und Pulvergasen verpestet, um kaum mehr zu atmen. Die Aggregate der Lichtanlage fielen nach und nach aus, und der Kampf tobte im Finstern weiter. Niemand wusste ganz genau, wen er gerade vor sich hatte. Die deutschen Lanzer brüllten und fluchten in ihrer Sprache die Verteidiger auf ihre Art. So wusste jeder wenigstens so ungefähr, woran er war. Die Deutschen hatten es schwerer als ihre Widersacher, denn sie kannten sich in diesem Gewirr von Stollen und Stöllchen, Kammern und Querverbindungsgängen nicht aus. Sie mussten zusammenbleiben und sich gegenseitig abschirmen. Immer wieder quollen geduckte Gestalten aus Seitenstollen hervor und warfen sich auf sie. In den engen und kaum mannshohen Röhren wurde der Kampf Mann gegen Mann zu einem grauener von Gemützel. Dennoch gewannen die Deutschen an Boden und drängten die Sowjets Schritt um Schritt zurück. Oberst Ritter von Eichauer war immer ganz vorn, hatte die Augen überall und brüllte sich heiser. Immer dranbleiben, Leute, lasst euch nicht abhängen, sonst sprengen sie uns mit diesem verfluchten Fuchsloch in die Luft. Als er fiel, übernahm Mario Blöes das Kommando. Dranbleiben, nicht abhängen lassen, auf Seitenstollen achten, drauf! Auch er macht es nicht mehr lang. General Schuikow sah das Ende herankommen, aber er blieb eiskalt. Lange konnte es nicht mehr dauern. Er stopfte die wichtigsten Papiere und den Stadtplan in eine lederne Tasche, band sich das wulstige Bündel um den Leib, packte seine Maschinenpistole und hielt sie durch. General Krilov schielte heimlich nach dem Telefonkasten. Schuikow merkte es. »Haben Sie etwas auf dem Herzen, Genosse?« Der Stabschef druxte herum und wollte nicht recht mit der Sprache heraus. Schließlich murmelte er, »Vielleicht sollte man doch die Heeresgruppe...« »Nein,« schnitt ihm der Oberbefehlshaber das Wort ab, »sollen wir Ihnen etwas vorjammern? Suchen Sie sich lieber etwas, womit man dreinauen kann. Sie werden bald angerückt kommen.« Das Telefon schrölte. Schuikow nahm den Hörer ab. Ihre Minkow fasste sich kurz. »Die Lage, Schuikow?« »Aussichtslos, Genosse Generaloberst.« »Sind Ihre Nerven in Ordnung?« »Wie Drahtseile. Ich stehe fest auf beiden Beinen. Krilov übrigens auch. Sie werden uns nicht leicht bekommen.« Einen Moment lang blieb es still. Endlich war die Stimme wieder da. »Setzen Sie sich ab und kommen Sie zur Anlegestelle 3. Ein Boot wird Sie herüberbringen. Bringen Sie Krilov mit.« »Und die Leute? Alles ist eingesetzt.« »Kommen Sie herüber. Das ist ein Befehl, Schuikow. Alles andere ist nicht Ihre Sache. Ende.« General Schuikow wandte sich dem Chef des Stabes zu. »Kommen Sie, Krilov, wir gehen hinüber.« Die Posten am Hauptausgang blickten ihn verwundert nach. Der Offizier meldete, »Genosse General, der Weg ist nicht mehr sicher. Überall treiben sich deutsche Stoßtrupps herum.« Sie verließen den ausgetretenen Pfad und schlugen einen weiten Bogen. Ungesehen erreichten sie die Anlegestelle am Wolgerufer. Ein gepanzerter Kutter brachte sie auf die andere Seite hinüber. Dort erwartete sie einen Generalstabsoberst, der dem General eine verschlossene und versiegelte Order überbrachte. Schuikow wurde angewiesen, seinen neuen Gefechtsstand in den Erdhöhlen hinter der Geschützfabrik Rote Barrikade einzurichten. Der Unterstand bestand aus einer Reihe von Löchern, die durch schmale Laufgräben miteinander verbunden waren. Hier war man vor Überraschungen sicher, bis hierher reichte die deutsche Artillerie nicht. Sie hätte sonst um die Ecke schießen müssen. Auch mit Sturzkampfbommern war hier nicht viel zu machen, denn in den dichten Wäldern am jenseitigen Ufer standen Flak-Abteilungen, hunderte von schweren und leichten Geschützen und Werferbatterien. Stalin hatte sich dazu entschlossen, die Südstadt und Stalingrad-Mitte aufzugeben und den Schwerpunkt der Verteidigung in die Nordstadt zu verlegen. Aber noch war nicht alles ganz so weit, noch kämpften Teile zerschlagener und versprengter Schützenregimenter in allen Stadtteilen und konnten sich in ihren Widerstandsnestern gegen die deutschen Angriffe behaupten. So in den Trümmerfeldern und den Schutthaufen, die einmal der Hauptbahnhof gewesen waren, in dem winzigen Brückenkopf am Zentralhafen, am Mameikudgan, an einigen Stellen in der Zariza-Schlucht und im Getreidesilo. Der Kutter brachte Schuikow und Krilow stromaufwärts, dann wieder an das westseitige Ufer zurück und setzte die beiden unterhalb der Höhlen ab. Der neue Unterstand war kahl und dürftig eingerichtet. Für uns ist das hier die Endstation, sagte General Schuikow. Von hier bringt uns niemand lebend weg. Hier werden wir entweder siegen oder uns erschlagen lassen. Ein Telefon lärmte. Am anderen Ende der Leitung war Jeremenko. Soeben haben wir Genosse Khrushchev und ich die Leute für ihren neuen Stab zusammengesucht und gleich in Marsch gesetzt. Wir haben alles getan und alles bedacht. Aber die Lage ist unübersichtlich und die Zeit ernst. Wer die Nerven verliert oder Schwäche zeigt, wird erschossen. Ohne Verfahren. Sie haben unbeschränkte Vollzugsmacht. So ist das richtig, Genosse Generaloberst. Ich werde mich entsprechend verhalten. Anders ging es nicht. Sie werden entlastet werden. Mehr darf ich im Augenblick nicht verraten. Aber das wird seine Zeit brauchen. Bis dahin halten Sie die Nordstadt. Davon hängt jetzt alles ab. Ich werde Sie halten, Genosse Generaloberst. Auch in die Nordstadt drangen deutsche Stoßtrupps ein. Hier ging es hart auf hart, denn hier stellten sich ihnen mächtige Kolosse entgegen und bremsten ihren Schwung ab. So die Geschützfabrik Rote Barrikade, die Brotfabrik, das chemische Werk Lasur, das Hüttenkombinat Rote Oktober und das gewaltige Panzerwerk Dscherzinski. Jeder dieser Industriegiganten war eine kleine Stab für sich, wie eine Festung mit starken Fuhrwerken. In ihren riesigen Werk- und Montagehallen zwischen Lagerräumen und Maschinenhäusern, in Schächten, Stollen und Röhren, in ihren Abwässerschleusen und unterirdischen Kanälen verliefen sich die Angreifer, gerieten auseinander und fanden oftmals nicht wieder zusammen. Die erbitterten Häuser und Straßenkämpfe im Nordteil von Stalingrad waren die blutigsten des ganzen Ostfeldzuges und forderten große Opfer. Was sich tief unter der Erde abspielte, war grauenhaft. Daran gemessen waren die Durchstöße durch die Südstadt und durch Stalingrad-Mitte fast nichts gewesen. In dem zur Hälfte eingestürzten Torgang einer Hausruine hockten ein paar Lanzer beisammen und schlangen Brocken steinharten Brotes hinunter. An der gegenüberliegenden Hauswand lag eine umgestürzte russische Feldküche. In ihrem Kessel war jedoch nichts drin. Die wenigen Männer waren alles, was von der dritten Schützenkompanie übrig geblieben war. Aber das wussten sie noch nicht. In Stalingrad kam es immer wieder vor, dass ein Haufen auseinandergerissen und in alle Winde versprengt wurde. Nach und nach fand man sich schon wieder zusammen. Zwar fehlte dann der eine oder der andere, aber mit der Zeit gewöhnte man sich auch daran und nahm es wie etwas Unabänderliches hin. »Wo steckt nur der Pfennigbauer so lange?« fragte Unteroffizier Unterkircher mit vollem Mund. »Es wird Ihnen doch nicht der Bischam?« »Um den macht dir keine Sorgen,« knurrte Feldwebel Roskamp mürrisch und wirkte einen krachdünnen Bissen hinunter. »Dem passiert nicht so leicht etwas. Der hat einen eigenen Schutzengel.« »Was hat er auch immer in der Gegend herumzustreichen? Und wir hocken hier und warten und wissen von nichts.« Roskamp fuhr wütend auf. »Was denn, was denn? Einer muss doch wohl, du Armleuchter. Kannst du das machen? Oder ich oder sonst jemand von uns? Er kennt jeden Funker und zieht ihm die Würmer aus der Nase. So ein Funker weiß oft mehr als mancher General. Die Brüder horchen überall mit und spielen sich's dann so unter der Hand zu. Was täten wir überhaupt ohne den Pfennigbauer? Verkauft und verloren wären wir.« »Das ist schon wahr,« gab der Unteroffizier zu. »Diese Ruhe ist höchst verdächtig,« flüsterte jetzt der gefreite Römsch. »Ich traue den Roten nicht. Da kochen sie bestimmt wieder eine Teufelei aus.« Der obergefreite Mörschinger lachte verächtlich. »Die kochen nicht mehr, mein Lieber, bei denen ist nämlich der Ofen aus.« »Nur unter der Asche funzelt es noch ein bisschen rot herum. Was die Roten schon draufbekommen haben, ist sogar für ihre Schädel zu viel.« »Drei, drei Tage noch, und sie fliegen aus diesem Kaff heraus und rennen in einem Saus bis nach Sibirien. Weihnachten, Kameraden, Weihnachten! Feiern wir heuer daheim. Vielleicht dauert es nicht einmal so lange.« Schritte näherten sich. In der engen Gasse hallte das Geklapper der genagelten Stiefel hohl wieder. Ein Einzugänger. Trotzdem hatte jeder blitzschnell das Gewehrschuss bereit. »Das ist er nicht,« tuschelte Raskant. »So unvorsichtig trampelte er nicht daher. Herankommen lassen und dann zuschnappen, ohne viel Trager.« Es war der Oberfeldwebel. Er spazierte unbekümmert durch die Gegend. Über seiner linken Schulter hingen zwei prallgestopfte russische Brotbeutel. »Erledigt,« sagte er seelenruhig und setzte sich auf einen Mauerbrotten. »Alles in Butter. Das hier habe ich euch mitgebracht, eine kleine Kostaufbesserung. Denen das gehört, die brauchen nichts mehr.« Der gefreite Schäle stübte die Brotbeutel um. Geräucherte Fische, wohlgenährt, fett und appetitlich anzusehen. Die zarte Haut schimmerte Goldfarben. Der obergefreite Schubbe strahlte über das ganze Gesicht und schnalzte mit der Zunge. »Prima! Aber das hier ist kein Futter für gemeine, so etwas bekommen bloß Offiziere.« »Ein Oberst und zwei Majore,« bestätigte Pfennigbauer und brannte sich eine Papirossi an. »Ein herabsausender Blumenbalkon hat sie erschlagen.« »Das hier ist die ganze Erbschaft. Fische, eine hingekritzelte Lageskizze und eine Handvoll Zigaretten. Macht für jeden drei Fische und vier Zigaretten. Viel ist das nicht, aber wir können es brauchen.« »Und wo stecken die,« fragte Unterkircher. »Sie sind zurückgegangen, überall. Ihre Verwundeten haben sie mitgenommen. Die Toten nicht.« Unteroffizier Unterkircher sagte, »Hast du etwas erfahren?« »Einiges. Man kann sich aber noch kein richtiges Bild machen. Es geht alles durcheinander. Es sieht also nicht gut aus.« »Das kann man noch nicht so sagen. Leicht wird's nicht sein. Sie sitzen zwar in der Klemme, aber die Klemme wird sich nicht mit dem kleinen Finger aufbrechen lassen.« »Sie haben doch nichts mehr,« polterte Rosskam bloß. »Warum also die umständlichen Geschichten? Drauf, hineinfahren und endlich Schluss machen.« »Was kann doch viel vor uns sein?« Oberfeldwebel Pfennigbauer wischte sich über die entzündeten Augen. »Nur noch ein paar Kleinigkeiten. Hüttenwerke, die Brotfabrik, die chemische Fabrik Lasur, die Geschützfabrik und noch einiges zum Zähneausbeißen. Und ganz droben wartet ein besonderer Brocken auf uns. Jajinski.« »Was ist das wieder?« fragte Rosskam misstrauisch. »Das größte Panzerwerk Russlands, zumindest im europäischen Russland. Ha! Diese Bruchbude werden unsere Stuckers zusammendreschen, dass die Fetzen nur so fliegen.« »Hoffentlich,« lieber Rosskam, »hoffentlich.« »Und wo steckt die Kompanie?« Pfennigbauer zögerte. Aber dann musste es ja doch heraus. »Die gibt es nicht mehr. Wir sind der Rest. Alles andere ist gefallen, verwundet oder vermisst. Und die anderen?« »Von dem ganzen Bataillon ist nicht mehr viel da. Wenn man alles zusammenschmeißt, wird vielleicht ein schwacher Zug daraus zu machen sein. Vielmehr nicht. Wir werden wahrscheinlich auf fremde Einheiten aufgeteilt werden.« Feldwebel Rosskam saß stocksteif und wie versteinert da. »So steht's also um uns.« Pfennigbauer nickte. »Wir müssen so schnell wie möglich zu einem richtigen Haufen stoßen und bei ihm untertauchen, bevor uns der Heldenklau anknabbert und verheizt, um seine eigenen Leute zu schonen. Hinten rennen schon die Kettenhunde herum, die Zunge hängt ihn zum Hase heraus vor Eifer. Sie fangen alles zusammen. Das ist in solchen Zeiten immer so. Das ist keine Neuigkeit, aber du hast bestimmt schon wieder eine Idee.« Der Oberfeldwebel machte eine Kunstpause, ehe er sagte, »Da drüben, hinter der Ölmühle, liegt eine SMG-Kompanie. Sie ist noch recht gut beisammen, nicht gerade eine angenehme Sache, aber immer noch besser, als hier verloren und verlassen herum zu zwitschern. Zufällig kenne ich den Oberleutnant, der den Haufen führt. Was könnte sich machen lassen?« Roskam schlug sich auf den Schenkel. »Ja, ist doch klar, dem Herrn Oberfeldpfennigbau ist wieder einmal der richtige Mann zur richtigen Zeit in die Arme gelaufen.« »Und was weiter?« »Bei der SMG-Kompanie wäre es nicht schlecht, jedenfalls besser als bei so einem zusammengeschmissenen Haufen.« »Wenn ihr also wollt?« Vor dem Toreingang tauchten grimmig blickende Gesichter auf. Karabinerläufe schoben sich herein, eine 08 klickte und eine Kommandostimme dräunte. »Na, was macht denn ihr hier? Wollt euch wohl einbuddeln und einen Winterschlaf halten? Raus!« Pfennigbauer zuckte mit keiner Wimper. Er hob sich, nahm Haltung an und meldete vorschriftsmäßig. »Oberfeldwebel Pfennigbauer, zwei Unteroffiziere und acht Mannschaften von der Kampfgruppe Nord-7 auf Sicherung. Keine besonderen Vorkommnisse.« »Na, nu!« entfuhr es dem Major. »Kampfgruppe Nord-7? Davon weiß ich ja gar nichts.« »Was sagen Sie dazu, Halic?« Der Pfennigbauer zuckte mit den Schultern. »Alles möglich. Jede halbe Stunde bringt etwas anderes. Vielleicht stimmt es sogar.« »Gleich sehen. Habt Ihr Einsatzbefehl?« »Jawohl, Herr Major!« Pfennigbauer fischte einen zerknüllten Wisch aus der Blusentasche hervor. Der Major stutzte. »Standartenführer? Wieso das?« »Der neue Kampfgruppenkommandeur, vor einer Stunde frisch eingetroffen, kommt aus der SS-Führerreserve und soll ein ganz scharfer Herr sein.« »Sieht ganz so aus. Dann haben wir ihm Pech gehabt.« »Viel Spaß, Oberfeld. Machen Sie ruhig weiter.« »Vielleicht sollte man einmal da drüben,« schlug der Feldwebel vor. »Ne, Holitsch, danke. Wo Herren von der SS pflügen, rutscht unser einer leicht unter die Schollen hinein und wird zermörsert. Lassen wir es lieber sein.« Sie verschwanden um die nächste Ecke. Der Oberfeldwebel bekam es plötzlich mit der Eile zu tun. »Höchste Eisenbahn, dass wir von hier verschwinden.« »Und der Standartenführer?« »Den gibt es nicht, den habe ich bloß erfunden, damit Sie von hier abharren.« »Heutzutage ziehen doch nur noch scharfe Sachen.« »Aber der Stempel auf dem Einsatzbefehl schaut verflucht echt aus.« »Ist er auch.« »Bloß beim Draufhorn ein bisschen herumgedreht worden, damit man die Dienststellennummer nicht recht lesen kann.« »Ein kleiner Trick von dem Schreibstuppenfuchser der SMG-Kompanie. Fällt in der Aufregung nicht weiter auf.« »Na, und die Unterschrift?« »Ha, die habe ich hineingeschnakelt.« »Man muss sich die Freiheit schon etwas kosten lassen.« »Heiliger Bim-Bam«, ächzte Rosskamp, »du bist doch ein ganz gerissener Hund.« Schnaufend suchte er seinen Kram zusammen. Bis zu der Ölmühle, hinter der die SMG-Kompanie in einem Ruinenfeld lag, waren es keine 800 Meter. Dazwischen lag ein freier Platz. An vielen Stellen waren die Pflastersteine herausgerissen und zu Haufen aufgeschichtet. Dicht neben dem breiten Bürgersteig gähnten Schützenlöcher und verliefen Laufgräben. Der Platz konnte vom Gegner eingesehen werden und war demnach gefährlich. Das Häuflein stolperte also durch die zerstörten Häuser, kletterte über Trümmerhaufen und Mauerreste hinweg, stapfte durch ausgebrannte Stuben und Kammern und überquerte kleine Höfe. An der Ecke des Platzes stand ein Warenhaus. Seltsamerweise war es fast unbeschädigt, bis auf ein paar Löcher in der Fassade. In langen Regalen lagen hier blecherne Wanduhren, Stoffballen, billiges Küchengeschirr, Weidenkörbe und Berge von grob geschnitzten Holzpantoffeln. Ein Krachen ließ die Männer zusammenfahren. Um sie herum kam alles in Bewegung. Raus, brüllte Pfennigbauer. Er sauste bereits zur Tür hinaus und sprang in das nächstbeste Schützenloch. Die anderen rennten ihm nach. Und schon ging es los. Sowjetische Batterien schossen Sperrfeuer. Anschließend war von dem Kaufhaus nicht mehr viel vorhanden. Und die ganze Gegend hatte auf einmal ein völlig anderes Gesicht. Prustend und spuckend arbeitete sich Feldwebel Roskamp aus seinem Loch heraus. Nacheinander kamen auch die anderen hervorgekrabbelt. Pfennigbauer saß auf dem Rand des Kraters und zählte gespannt die mit Mörtelstoff bedeckten Stahlhelme. Als er sie glücklich alle beisammen hatte, brummte er befriedigt. Deckung! Alles verschwand von der Obernüge. Kurz darauf eugte er zur anderen Seite des Platzes hinüber. Deckung! Alles verschwand von der Oberfläche. Aus einer Gasse kam ein dicker Mops grüner Käfer herausgetorkelt, den Russel wie zum Schnuppern weit vorgestreckt. Es war ein T-60. Aber hier konnte er sich als König aufspielen. Wenn man nicht viel mehr als fünf Finger an jeder Hand hatte und dazu auch noch in einem schon von weitem erkennbaren Loch hockte, stand es für gewöhnlich 10 zu 1 für ihn. Aber der Russenpanzer kam nicht näher. Er schien zu zögern, drehte Misstrauisch hin und her, er wusste nicht recht und hielt schließlich an. Aus dem Turm schob sich ein Kopf heraus. Alles hielt in Atem an. Würde er? Würde er nicht? Der obergefreite Mörschinger hatte noch drei Stielhandgranaten im Koppelstecken. Er legte sie vor sich hin und schnürte sie mit seinem S-Geschirrriemen zu einer geballten Ladung zusammen. Für alle Fälle. Pfennigbauer holte seine letzte Panzerhaftladung hervor. Wenn nicht alles gegen sie war, mussten diese Dinger genügen. Er und Mörschinger waren gut aufeinander eingespielt. Der Panzerkommandant überlegte es sich. Der offene Platz und die Ruinen dahinter gefielen ihm wahrscheinlich nicht. Der Koloss schwenkte auf der Stelle herum, turnte über Schutthaufen hinweg und verschwand wieder in der Gasse. Sie werden sich verfahren haben und in die verkehrte Richtung geraten sein, sagte der Oberfeldwebel. Oder sie haben bloß spionieren wollen und die anderen werden bald nachkommen. Empfehlen wir uns lieber. Die Ölmühle brannte. Fettiger schwarzer Qualm wälzte sich über den Boden und nahm ihnen die Atemluft. Aber sie mussten hindurch. Die SMG-Kompanie hatte den Feuerüberfall glimpflich überstanden und befand sich jetzt mitten im Aufbruch. »Viel später hättet ihr nicht kommen dürfen«, sagte der Oberleutnant. »Wir gehen zurück. Stopft euch alle Taschen mit Munition voll, ihr werdet sie brachen. Es ist bloß eine Blechbude, aber sie macht Schwierigkeiten.« Die Blechbude war die Geschützfabrik Rote Barrikade. Eine Straßensperre aus dicken Geschützfrohren und Lafettenteilen riegelte die Zufahrt ab. Dahinter war alles totenstill und wie ausgestorben. »Ganz ohne Ari-Vorbereitung?« fragte Maschinger entsetzt und duckte sich, so gut es ging, in eine seichte Bodenmulde hinein. »Ari?« knurrte der Stabsgefreite verächtlich. »Du bist vielleicht einer. So eine Laubenkolonie pusten wir ganz einfach über den Haufen. Bloß einmal tief Atem holen und...« Weiter kam er nicht. Hinter dem Werk brüllte es auf, aus vielen ställeren Schlümmen, aus russischen. In der Fertigungshalle des riesigen Panzerwerkes Dzerzhinsky standen Monteure, Mechaniker und Werkmeister ratlos beisammen und wussten nicht recht, ob sie bleiben oder von hier verschwinden sollen. Der Kampflärm näherte sich beängstigend schnell. Plötzlich stand ein kleiner Mann mitten unter ihnen. Der zerknitterte Offiziersmantel reichte fast bis zum Boden. Der kleine Mann sagte freundlich, »Worauf wartet ihr noch, Genossen?« Der Oberwerkmeister nahm Haltung an. »Genosse Frontkriegsrat«, das freundliche Gesicht verfinsterte sich, »ich habe gefragt, worauf ihr noch wartet.« »Auf einen Befehl, Genosse Frontkriegsrat. Wir wissen nicht, was wir tun sollen«, stammelte der Oberwerkmeister, und der kalte Schweiß floss ihm ins Genick. Der kleine Mann sah sich in der Halle um. »Schöne Panzerchen! Starke Panzerchen! Um sie bauen zu können, haben wir alle jahrelang gehungert und in Fetzen herumlaufen müssen. Und jetzt sind sie fertig, stehen hier und tun nichts. Und ihr steht da und tut auch nichts. Die Faschisten rennen uns fast schon die Tore ein und wollen das alles zerschlagen. Und da wartet ihr noch lange auf einen Befehl?« Aus seinen zusammengekniffenen Augen sprach nichts Gutes. »In die Panzer hinein und hinaus mit euch! Zeigt ihnen, was ihr könnt! Schlagt sie zusammen, überrollt sie, zermalmt sie! »Nicht ein einziger ist fertig, Genosse Frontkriegsrat! Nicht ein einziger!«, stimmte der Oberwerkmeister. »Sie haben keine Optiken eingebaut! Es ist noch nichts überprüft! Die Ketten und die Batterien müssen erst noch...« Der Mann im Offiziersmantel winkte ab. »Ihr sollt nicht um die Welt herumfahren! Niemand verlangt das von euch! Hundert, vielleicht hundertfünfzig Meter nur! Das muss doch gehen! Und wozu Optiken? Der Feind ist nahe genug! Zielt durch die Rohre! Wenn man will, geht alles!« Er sah sie der Reihe nach lauernd an. »Oder wollt ihr wirklich nicht?« »Ihr müsst es nur sagen! Sterben können wir auch hier!« Jedes seiner Worte knallte wie ein Peitschenhieb. »Genossen! Hinter der Wolga gibt es kein Land mehr! Für keinen von uns! Ihr habt die Panzer gebaut! Ihr müsst mit ihnen umgehen können!« »Hinein also! Ich fahre mit!« An die zweihundertnagelneuer T-34 standen hier, wie Soldaten in Reihe und Glied. Was von ihnen einigermaßen fahren und schießen konnte, rollte aus den Hallen heraus und ging gleich in den Höfen in Feuerstellung. Den meisten von ihnen fehlte noch so ziemlich alles. Die Zieloptik, der elektrische Turmantrieb, die kimmern Blöcke in den Seeschlitzen und an den Turmgrenzen. In ihren riesigen Tanks gluckerten lediglich ein paar Liter Treibstoff und keiner von ihnen hatte mehr als ein halbes Dutzend Granaten. Monteure, Mechaniker, Elektriker und Motorenschlosser betätigten sich als Fahrer, Richt- und Ladeschützen. Solange der Treibstoff reichte, kurvten sie wild herum und feuerten. Dann rückten sie zusammen und verschossen die letzten Granaten. Das Panzerwerk Dzerzhinsky konnte sich bis in die späten Nachtstunden hineinhalten. Die mechanisierte Brigade, die Nikita Khrushchev Stalin abgetrotzt hatte, war zu spät gekommen. Im Gefechtsbunker Schuikows herrschte helle Aufregung. Nur in der Zentrale dieses aufgescheuchten Ameisenhaufens herrschte eine beklemmende Stille. Ihr Gehirn war von allen übrigen Räumlichkeiten abgekapselt und lediglich durch Leitungskabel mit ihnen verbunden. Der diensttunde Ordnanzoffizier stand wie eine steinerne Säule neben der Tür. Der General hob den Kopf und sah seinen Stabschef aus flackernden Augen an. Wie steht's in der Brotfabrik? Krilow ließ keinen Blick von der Kartenskizze. Sie umfasste einen kleinen Abschnitt des Stadtplanes und war in großem Maßstab gezeichnet. Jedes Gässchen, jeder Gebäudewinkel, jedes Hauseck und jedes Objekt der Industrieanlagen waren mit allen ihren Einzelheiten zu erkennen. Überall rote und blaue Kringel, Kreise, Pfeile und schraffierte Flächen. Sogar der Stadtplan war zu groß geworden. Die Deutschen hatten die Verteidiger Stalingrads in der Nordstadt zusammengedrängt. Auch hier bissen schon blaue Pfeile in rot schraffierte Flächen hinein. Nur am Wolgarufer war noch ein wenige hundert Meter tiefer Streifen feindfrei. Es stammt nicht ganz gut um Stalingrad. Dschuikow biss die Zähne zusammen. Die Brotfabrik, Krilow. General Krilow fuhr aus düsteren Gedanken auf. Noch kann sich Patschewsk halten, aber wie lange noch? Er ist zu schwach und die Deutschen greifen an. Wenn wir ihm nicht etwas dazugeben können. Es ist nichts mehr da. Die letzten Reserven habe ich in die Geschützfabrik hineingeworfen. Genutzt hat es nichts. Patschewsk muss warten. Am hellen Tag käme kein einziges Boot heil über die Wolgar herüber. Der schwarze Kasten summte. Krilow schob den Hörer ab, horchte mit angehaltenem Atem, legte den Hörer hin und nahm den Rotstift. Ein kleines Rechteck bekam einen roten Rand und wurde durchkreuzt. »Die Ofenhalle 3«, murmelte er. »Wenn Sie jetzt auch noch zu den Elevatoren durchstoßen, können Sie Patschewsk im Rücken packen.« »Patschewsk muss halten, muss, Krilow. Jetzt geht es nicht mehr nur um die Brotfabrik. Lassen Sie ihm das sagen.« Der Chef des Frontkriegsrates, Stalingrad, betreibt den Raum. Der Ausdruck seines Gesichts glich einer Gewitterlandschaft. »Sie haben alle Ofenhallen, die Gäranlagen und den Elevatorenturm,« sagt er. »Auch im Verwaltungsgebäude wird schon gekämpft.« »Was werden Sie jetzt machen, Genosse General?« »Vor allem zusehen, dass ich Patschewsk erreiche. Ich muss mit ihm reden, er soll...« »Geben Sie sich keine Mühe,« warf Nikita Sergejewitsch kalt ein. »Genosse Patschewsk ist gefallen.« »Das Kommando hat Braslov übernommen. Ein tüchtiger Kerl, aber zu nervös für so etwas.« »So kann das nicht weitergehen, Schuhikow. Haben Sie denn gar nichts mehr?« »Was von der mechanisierten Brigade noch übrig war, habe ich Kolpatin gegeben. Man könnte es von dort abziehen, im Dscherzinski ist ohnehin nichts mehr zu machen.« »Wenig,« murmelte Kuschow, »zu wenig für eine kranke Laus. Ist das alles?« Dschuhikow richtete sich auf und gab sich einen Ruck. »Ich werde das Lazarett und die Verbandsplätze ausräumen lassen. Alles bis auf die Ärzte und die Schwerverbundeten. Auch die Arbeitsbrigade der Munitionslager und die Mechaniker der Werkstätten müssen heraus, unser Brotfabrik.« »Und was sich sonst noch so finden lässt?« Kuschow nickte zustimmend. »Ein gefährliches Spiel. Aber jetzt kommt es auf jedes Gewehr an und bis zum Einbruch der Dunkelheit muss gehalten werden. Wenn Sie die Brotfabrik überrennen, treten Sie uns hier die Türen ein und prellen bis zur Volga vor. Dann wäre Stalingrad verloren. Ich gehe von hier nicht fort. Das hier ist unsere letzte Bastion.« Deutsche Geschütze brüllten auf. Über den Armee-Gefechtsstand orgelten schwere Granaten hinweg. Kuschow lachte verächtlich. »Was Sie da machen, ist sinnlos. Der vergoldeten Munition werden Sie nach bitter nachweinen. Das Steilufer ist für Sie unerreichbar. Das alles geht in die Volga, da drüben in die Wälder hinein. Dort ist Platz genug.« Der Wachoffizier brachte einen Melder herangeschleppt. Der Mann war verdreckt und blutüberströmt und konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. »Oberst Braslov ist gefallen«, stieß er keuchend hervor. »Wir haben keine Offiziere mehr. Die Faschisten sind mit Flammenwerfern gekommen und das Verwaltungsgebäude brennt. Lauf zurück und sag ihnen, dass sie Verstärkung bekommen werden. Wer auch nur einen einzigen Schritt zurückgeht, wird erschossen. Sag ihnen das!« Der Melder riss die Augen auf und tammelte. »Lauf, was du kannst«, schrie ihn der Frontkriegsrat an. »Es geht um unser Vaterland. Ich komme gleich nach.« »Wen wollen Sie hinschicken?«, fragte General Aschuhikow. »Die zivilen Arbeiter wären die Fährleute und die Hafenarbeiter. Sie sind wilde Burschen und werden die Feiglinge mitreißen. Wenn es nicht anders geht, dann eben mit Gewalt. Geben Sie mir ein paar von Ihren Stabsoffizieren mit. Und Sie verteidigen mit Ihren Leuten den Gefechtsstand.« Die obergefreiten Schuppe und Maschinger und der gefreite Emil Salzmann lagen in der Ofenhalle 5 hinter einem Mauerklotz. Rechts von ihnen, in einem offenen Abwasserschacht, kauerten der obergefreite Doll, der Stabsgefreite Breitschädel und der gefreite Schädel. Die Rotarmisten hatten sich aus der Halle zurückgezogen, und der zweite Raum stand leer. Um ihnen nachzustoßen, waren die sechs Männlein zu schwach. Es begann zu dämmern, und in den Ecken und Winkeln geisterten schon dunkle Gestalten. »Sind Sie jetzt stiften gegangen, oder wollen Sie bloß warten, bis es hier finster geworden ist?«, fragte Emil Salzmann, seinen Kameraden Maschinger. Der obergefreite schüttelte nur den Kopf. »Stiften gegangen?« »Glaub ich nicht. Sie stecken irgendwo hier in der Nähe und warten darauf, dass wir Ihnen die Schädel hinhalten.« Er spähte kurz über den Rand des Mauerklotzes hinweg. »Behalt deine Birne unten, ich luchse schon herum.« »Bist bald ausgeluchst haben,« brummte Schuppe. »In längstens einer halben Stunde ist es hier Spackfenster und dann ade, liebes Mariechen.« »Das Sprüchlein können wir schon auswendig zischelte,« Maschinger greizt. »Mach endlich mal ein Punkt, du ewiger Abschiednehmer!« Er musterte das Balkengerüst, das die Halle zusammenhielt, und das steile Dach tug. Dazwischen verliefen die Rohre der Kabelleitungen und die Laufschienen der Kübelkreine. Plötzlich riss er den Karabiner hoch, zielte kurz und fach. Nach einem gellenden Aufschrei stürzte ein menschlicher Körper von der Decke herab und schlug auf den Boden auf. »Es wird ganz langsam Zeit,« knurrte er im Blut durch. »Bald wird es hier wie auf der Geisterbahn zugehen. Da müssen wir nicht unbedingt dabei sein.« »Wo nur der Pfennigbauer so lange bleibt,« flüsterte Dolan euchte zu dem Gebälk hinauf. »Draußen habe ich ihn gesehen. Warum ist er nicht mit uns herein?« »Ist er ja,« erwiderte der Stabsgefreinte Breitschel, »aber dann«, »eine MG-Gabe peitschte er herüber.« Sie war verdammt genau angesetzt und prasselte gegen den Mauerklotz. Abpraller tanzten über den Betonboden und schlugen stiebende Funken aus ihm heraus. Die zweite ging zu hoch und klatschte hinter ihnen in die Ziegelmauer hinein. Alle starrten jetzt in die Richtung, aus der die Feuerstöße gekommen waren. Die Schiebetür eines Lehmbackofens stand halb aufgezogen. Vor dem Spalt schwebten Pulverböhrchen. Draußen ging es aufs Neue los. Karabinerschüsse, MG-Feuer, Handgranaten. Russische Werfer flappten und eine leichte Packbälde dazwischen. Diesmal kam es jedoch aus der verkehrten Richtung. »Sie sind hinter uns!« brüllte Marschinger und sprang auf. »Hinaus!« Eine Wurfmine segelte durch die Halle und schlug krachend hinter ihnen ein. Marschinger duckte sich, ließ den Splitterregen über sich hinweg pfeifen, hetzte weiter und prallte gegen Pfennigbauer, der gerade zur Tür herein wollte. »Alle beisammen?« schrie ihn der Oberfeldwebel an. »Ja!« keuchte der Obergefreite. »Die haben es uns vielleicht gegeben.« »Zum Heizhaus hinüber!« drängte Pfennigbauer. »Vielleicht kommen wir noch durch!« »Der Scheele!« kreischte Doll. »Der Scheele fehlt noch!« Marschinger und Breitschädel rannten in die Halle zurück. Am Rand des Abwasserschachtes lag ein grauer Klumpen. Leuchtspur fingerte herüber und die beiden mussten zum Boden gehen. Im Liegen krochen sie auf den Ausgang zu, zerrten den schlaffen Körper hinter sich her. Breitschädel wechselte den Griff und fühlte es feucht und warm über seine Handrennen. »Es hat mich erwischt«, fuhr es ihm durch den Kopf. Pfennigbauer lag flach auf dem Boden und später auf den Hof hinaus. Die letzten hessischen Grenadierer setzten sich ab und gingen schrittweise zurück. Der Feuerschutz war dünn, sehr dünn. Vom Verwaltungsgebäude wälzte sich ein schießender Handkralattenwerfender und brüllender Haufen herüber, wie eine wogende Mauer. Zivilisten mit roten Armbinden, mit hohen Schaftstiefeln, in Lederjacken und mit spitzen Mützen auf den Köffen. Khrushchevs letztes Aufgebot stampfte heran. Hafenarbeiter und Fährleute. Emil Satzmann beugte sich über den gefreiten Scheele. Ein Splitter hatte die Liegehalsseite aufgerissen und aus der klaffenden Wunde sprudelte das Blut im kurzen Stürzen. Sein Gesicht war wachsgerb und verfallen. Er starb ihnen unter den Händen. »Lass den liegen«, sagte Pfennigbauer und hetzte los. Sie rannten quer durch die Ofenhalle auf gut Glück, durch einen Mischraum und durch die Gäranlage, jagten keuchend durch verwinkelte Gänge und hallende Korridore, erreichten das Freie, überquerten einen kleinen Hof und kletterten über eine niedrige Mauer. Hier bekamen sie wütendes Gewehrfeuer. Der Beschuss galt jedoch nicht ihnen, sondern einer Schaft von Zivilisten, mit und ohne Armbinden. Das waren aber weder Fährleute noch Hafenarbeiter, sondern harmlose Bürger, die man zusammengetrieben und ihnen uralte Donnerböxen in die Hand gedrückt hatte. Die Unglücklichen ließen sie jetzt fallen und hoben die Arme. Hinter der Brotfabrik verlief die Eisenbahnlinie. Auch eine Ausladestelle war hier. An der Verladerampe standen leichte Hobbitzen in freier Stellung. Der Beobachter steckte ganz oben im Stellwerk. Batteriechef war der Oberwachtmeister Paul Sträube. Mit ihm war Pfennigbauer schon in Polen gewesen. »Wir haben hier zwei Aufgaben«, berichtete er kurz und sachlich, »nämlich auf die Brotfabrik aufzupassen und dann auch noch auf den Panzerzug.« »Was für ein Panzerzug?« fragte Pfennigbauer verwundert. »Zwischen hier und Rhinok geistert ein russischer Panzerzug herum. Vor ihm ist man keine Minute sicher. Angeblich will er irgendwo durchstoßen. Ein richtiger Panzerzug? Und was für einer! Eine rollende Festung mit allem Drum und Dran, angeblich mit acht Riesenkanonen und einer Menge kleineren Bumszeug. Direkt zum Fürchten, sag ich dir. Und so etwas wollt ihr mit euren Gartenspritzen aufhalten?« Oberwachtmeister Sträube zog die Schulter bis fast an die Ohren. »Hab ich mich auch gefragt, aber die Harne haben erklärt, dass es geht. Sie müssen es ja wissen.« »Wenn das so ist, Paulchen, wandern wir lieber ein Häuschen weiter«, brummte Pfennigbauer. »Wir wollen nämlich noch etwas länger leben. Alles Gute also und schreibt bald, wie das ausgegangen ist.« »Wo wollt ihr denn hin?« »Irgendwo hin.« »Und wenn es gar nicht anders geht, meinetwegen wieder in die Brotfabrik hinein. Dort fahren wenigstens keine Panzerzüge herum.« Im Süden und ganz in der Nähe rumste und krachte es gefährlich. »Ist das beim chemischen Werk Lasur?« »Genau! Der Tennisschläger soll endlich ausgeräumt werden, aber der Ivan ist dagegen.« Über der Wolga fing der Himmelfahl zu leuchten an. Motoren fauchten und dröhnten. Im Schutz der Nacht brachten die Sowjets frische Kräfte und schwere Waffen über den Strom und pumpten sie in die nahezu ausgeblutete Stadt hinein. So ging das schon seit Wochen. »Eigentlich sind sie zu bewundern,« brummte Streube. »Krallen sich bloß noch an drei oder vier morschen Zipfeln fest und geben noch immer nicht auf. Stell dir das einmal umgekehrt vor. Russen am Rhein, wie wir hier an der Wolga. Kannst du dir das überhaupt vorstellen?« »Das ist doch kein Vergleich, Paulchen. Hinter dem Rhein hört Deutschland bald auf, aber hinter der Wolga fängt Russland erst so richtig an. Das ist ein Unterschied, mein Lieber.« »Mit dir kann man nicht streiten,« seufzte Streube. »Du hast jedes Mal gleich was bei der Hand und trampelst einen Platt. Du hast eben ein Hirn mit Vorzündung. Das läuft schon auf Übertouren, wenn unser einer noch nicht einmal den Schlüssel im Schloss hat. Aber trotzdem mag ich dich. Du hast mir von Anfang an gefallen.« »Mit mir ist nicht mehr viel los,« murmelte Pfennigbauer Kleinlott. »Ich flunkere bloß ein bisschen. Zum Beispiel seit einer Woche suche ich unsere Kompanie und kann und kann sie nicht finden. Nicht einmal das Bataillon oder das Regiment. Wo bleibt da die Vorzündung, die du mir vorwirfst?« »Hier ist das anders, Hans. In Stalingrad lässt sich leichter eine Stecknadel finden als ein versprengtes Regiment. So eine Stecknadel glitzert vielleicht irgendwo im Schutt und springt dir von allein in die Augen. Ein Regiment verschwindet und ist einfach nicht mehr da. Die paar letzten Krümelchen pickt der Helden klaugierig auf und verschluckt sie. Aus! Nichts mehr davon da. »Zu welchem Verein gehört ihr eigentlich?« »Zur 29.« »Panzer oder Ari?« »Grenadiere, Paulchen, grenadiere.« Streube bekreuzigte sich entsetzt. »Du liebe Güte, das auch noch! Ich verstehe alles. Diese armen Hunde erwischt es meistens zuallererst und am schlimmsten. Ist dir denn nichts Besseres eingefallen?« »Bleib bei uns. Bei uns lebt ihr nicht schlecht. Haubetzen sind Mangelwache, und man stellt sie nicht gern ganz vorne in die Auslage.« Oberfeldwebel Pfennigbohr und seine Männer wollten trotzdem nicht bleiben. Sie wollten zu ihrem alten Haufen zurück. In der Brotfabrik war es inzwischen ruhiger geworden. Auch im Süden rumste es bloß hin und wieder einmal. Die beiden Männer nahmen Abschied voneinander. Der Oberwachtmeister gab ihnen zwei Dutzend Handgranaten, Gewehrmunition und für jeden eine große Büchse mit Schweinefleisch mit auf den schweren Weg. Im Gänsemarsch und weit auseinandergezogen wanderten sie die Bahntrasse entlang nach Süden. Rechts und links rührte sich nichts. Ein schwarzer Klotz kam jetzt auf sie zu und wurde höher und breiter. Anscheinend ein Bahnwärterhaus. Durch schmale Ritzen sickerte matter Lichtschein. Steckten da Russen drin oder eigene Leute? Was das Verdunkeln betraf, waren beide gleichermaßen sorglos und schlampig. Breitschädel marschierte an der Spitze. Jetzt duckte er sich und begann sich anzuschleichen. »Das wird wieder was geben«, raunte Maschinger dem Oberfeldwebel zu. »Gleich wird er gegen was krachen und die ganze Nachbarschaft rebellisch machen.« Und schon war es soweit. Breitschädel stolperte, konnte sich aber gerade noch fangen und fluchte gottsjämmerlich, weil ihm die Fleischbüchse unter dem Arm durchgerutscht war und jetzt irgendwo im Finstern herumkollerte. Ein Sicherungsflügel klickte und eine raue Stimme trönte. »Halt! Stopp! Parole!« »Kollatsch!«, schrie Pfennigbauer schnell, um größeres Unheil zu verhindern. Der andere lachte breit. »Das war gestern, und du bist der Pfennigbauer. Mensch! Haben wir uns eure wegen Sorgen gemacht!« Es war Feldwebel Roßkamp. »Wo habt ihr euch denn herumgetrieben, ihr traurigen Blindgänger?« »Ihr sind wieder zu Hause«, sagte der obergefreite Dolph fast andächtig. »Der Unterkircher wird Augen machen«, polterte Roßkamp vergnügt. »Er hat euch schon abgeschrieben. Sind alle anderen auch da?« »Bis auf Schäle, den hat es erwischt.« »Der Schäle, hm«, murmelte der Feldwebel betroffen, »schade um ihn. Er ist ein lieber Kerl gewesen.« »Wo ist das passiert?« »In der Brotfabrik.« »Also in der Brotfabrik.« »Da hätten wir auch hin sollen.« »Aber dann hat es wieder andersrum geheißen.« »Der alte Zirkus! Ist es wirklich wahr, dass wir die Teigbude haben aufgeben müssen?« »Kann schon sein. Wir haben eine Weile in der Ofenhalle herumgetan und sind schließlich rausgeflogen. Wenn die anderen nicht mehr Glück gehabt haben?« »Ach, verdammter Mist!« »Aber geht nur hinein, der Unterkircher hockt drin und schmiert in seinen Listen herum, wie immer.« »Ja, richtig, der neue Kompaniechef ist auch schon da. Er ist verdächtig nach Ordensburg oder so ähnlich und wird höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Dampf draufsetzen. Aber sonst ist er nicht übel.« Die Kompanie lag in einem Schulgebäude. Drei kleine Klassenzimmer langten für alle, und dabei blieb noch eine Menge Platz übrig. Ersatz, frisch aus der Heimat gekommen, war da. Der neue Chef hatte sich im Lehrmittelkabinett eingerichtet. Er war nicht mehr ganz jung, sah jedoch vertrauenerweckend aus, seine linke Gesichtshälfte bei einer einzigen nur oberflächlich verharschte Wundnarbe, und im Halsausschnitt seines Tarnanzuges blinkte das Ritterkreuz. Als der verdreckte Haufen zu ihm hereingerumpelt kam, leuchtete es in seinen Augen auf. »Ohne Meldung, meine Herren. Ich freue mich aufrichtig. Wenigstens ein paar Männer, mit denen man etwas anfangen kann. Mit denen da draußen werden wir eine Weile Geduld haben müssen. Nehmt euch ihre an. So, und jetzt lasst euch etwas zu essen geben und legt euch hin. Für lange Zeit kann ich allerdings nicht garantieren.« »Ein Pfundskerl«, sagte Maschinger später begeistert. »Er kommt von den Brandenburgern«, berechtete Feldwebel Rührsch. »Mit seiner Visage ist er wahrscheinlich nicht mehr schön genug für diesen Himmelfahrtshaufen. Oder die Ivans kennen ihn schon zu genau.« Anfang November durchstießen Sturmtrupps der westfälischen 16. Panzerdivision die russischen Sicherungen an mehreren Stellen, drangen in den Industrievororts Batakovga ein und setzten sich in den Fessel. Damit war die letzte starke Riegelstellung der Stalingrader Verteidigung aufgerissen. General Schuikows Befehlsbunker konnte sich zwar noch halten, aber der kleine Brückenkopf am Steilufer der Volga schrumpfte zu einem winzigen Widerstandsnest zusammen. Im Hüttenwerk Roter Oktober in der chemischen Fabrik Lasur und an der Fährstelle im Zentralhafen wurde noch erbittert und erbarmungslos gekämpft. Aber es konnte nicht mehr sehr lange dauern. Südlich von Klemenskaya am Donn lag der Stab eines deutschen Infanteriekorps in einem Forsthaus. Der kommandierende General kehrte gerade von einer Inspektionsfahrt zurück und war schlechter Laune. Er hatte viel gesehen, das ihm so gar nicht gefallen hatte. »Mein lieber Helmsbach«, sagte er zu seinem Chef des Stabes, »mit diesen Rumänen in der Nachbarschaft kann das gar nicht gut gehen, wenn dem Ivan etwas einfallen sollte.« »Ich habe schon immer gewarnt«, nickte der Oberst. »Man hat mich aber eine Jammerunke geheißen und mir fortgeschrittene Verkalkung vorgeworfen.« »Auch Sie haben das, Herr General.« »Das habe ich nie gesagt.« »Aber so ähnlich gemeint.« »Er macht nichts. Schließlich komme ich anscheinend nicht mehr richtig mit.« »Man hätte mich besser daheim lassen sollen bei meinen Briefmarken und den Kakteen.« »Sie sind überempfindlich, Herr von Helmsbach«, brummte der General. »Wir wollen jetzt nicht streiten, denn es steht viel auf dem Spiel. Die Rumänen machen mir Sorge. Es ist kein Verlass auf sie. Wenn sie stiften gehen, hängt unser linker Flügel glatt in der Luft, und wir müssen wieder einmal roschieren, bis wir schwindelig werden. Es fragt sich nur, wie und womit wir das tun sollen. Diesmal wäre das gar nicht so einfach.« »Die Männer sind nicht so schlecht und schlagen sich überaus tapfer«, verteidigte der Oberst die rumänischen Bundesgenossen. »Sie tun, was sie können. Man darf ihnen aber nicht alles in die Schuhe schieben.« »Dazugegeben, wenn es darauf ankommt, sind sie nicht panzerfest. Sobald Ketten rasseln und Turmkuppeln auftauchen, lassen sie alles fallen und rennen.« Oberst von Helmsbach blickte erstaunt auf. »Wundert Sie das? Bei der Ausrüstung? Miserabel ist noch vorsichtig ausgedrückt. Uns bliebe in einer solchen Lage auch nichts anderes übrig.« »Na, na, na«, widersprach der Kommandierende skeptisch. »Sie haben immerhin eine Menge Pack und Panzer. Vor sind flutliche Beutekatapulte und tschechische Blechschachteln. Vielleicht nicht ganz schlechte Dinger, wenn es gegen Vorderlader und Steinschleidern geht, aber gegen T-34? Die Kavaleriedivision ist recht gut beisammen. In einem Hypodrom würde sie sich bestimmt stattlich ausnehmen, aber hier, in Donnburgen?« Der General wandte sich verärgert der Karte zu. »Heute passt Ihnen wieder einmal gar nichts. Wahrscheinlich sind Sie mit dem linken Bein zuerst aus dem Bett gestiegen.« »Ich schlafe fast nicht mehr,« murmelte der Stabschef düster. »Die Situation hier lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Wir werden noch etwas erleben.« Der General begann in der Stube hin und her zu rennen. »Mir geht es genauso, mein Lieber, und ich zermatre mir das Gehirn rein im Ausweg. Sagen Sie einmal, was würden Sie tun? Nehmen Sie sich kein Blatt vor den Mund und sagen Sie es rundweg ohne Umschweife heraus. Was würden Sie in einer solchen Lage tun?« »Den Donnburgen aufgeben und eine Sehnenstellung beziehen.« Der Kommandierende fuhr herum. Herr Emsbach blick ruhig. »Sie haben mich um meine Meinung gefragt, Herr General, und ich habe nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet. Der große Donnburgen ist seine 110 Kilometer lang. Und Ihre Sehnenfront an der Steppe? Immerhin ungefähr 50 Kilometer kürzer, und das zählt.« Ein Nachrichtenoffizier stürzte herein. Er hatte nicht einmal angeklopft. »Funkspruch von der Armee!« Der Chorkommandeur las halblaut. »Das elfte Chor setzt sich sofort und in alle Ordnung vom Donn ab und bezieht eine geeignete Sehnenstellung auf der ungefähren Linie zwischen Kletzkaya und Sirotinskaya.« Der General zuckte zusammen und starrte das Blattpapier fassungslos an. Dann murmelte er, »Sie haben also doch recht gehabt, Herr Emsbach.« Er fuhr sich über die Augen. »Wer hätte das auch für möglich gehalten?« Das Telefon summte. Es war General Brode von der Armee. »Wissen Sie schon. Aha. Wohl überrascht, die Augen aufgerissen, wie? Na, wir auch. Die Heeresgruppe. Hören Sie gut zu. Die Bunker und Unterstände und der ganze übrige Kram in der neuen Abwehrstellung sind mit allen verfügbaren Mitteln winterhart zu machen. Haben Sie richtig verstanden? Winterhart. So gut es nur geht. Werden voraussichtlich eine ganze Weile halten müssen. Ende.« In den klaren Nächten wurde es bitterkalt und von der Wolga her pfiffen schneidende Winde herüber. Die deutschen Lanzer zogen ihre dünnen Sommermäntel fester um den Leib und suchten Schals und Kopfschätze hervor. Wer nur mit durchgewetzten Socken in den kalten Stiefeln stammt, war übel dran. Der Himmel überzog sich mit einer tief niederhängenden Wolkendecke und es begann zu schneien. Winzige weiße Flöckchen, leicht und seidenweich, taumelten und schwebten hernieder. Unaufhörlich. Die brandgeschwärzten Häuserruinen bekamen faltige Schneemäntel und die zerklüfteten Mauerstümpfe setzten dicke Mützen auf. »Der russische Winter ist da«, sagte Stabsarzt Dr. Köhler. »In den nächsten Monaten werden wir uns nicht zerreißen, denn im Winter kann keiner viel machen. Damals in den Karpaten sind wir in unseren Unterständen gelegen und haben die Damen gedreht. Hin und wieder ist einer mit einer weißen Nase oder ein paar erfrorenen Zehen gekommen.« »Das war jedes Mal gerade so eine Sensation. Mit Hirschstalk und Frostschutzsalbe sind wir so ziemlich ausgekommen.« »Ob das auch hier so sein wird?« fragte Assistenzarzt Dr. Müll zweifelnd. »Stalingrad lässt sich ganz anders an, als die Karpaten vorhin von damals.« »Sie können nun besorgt sein, Herr Kollege. Es hat sich nicht viel geändert. Sobald General Winter die Befehlsgewalt an sich gerissen hat, hört sich alles auf und niemand kann dagegen aufmucken. Überdies werden wir heute oder morgen durch das letzte Zehntel dieses Trümmerhaufens hindurchfahren und dann an der Wolga stehen. »In unserem Keller sind wir sicher wie in Abrahams Schoß und Brennholz gibt es überall genug.« »Fleisch! Sie sind mir dafür verantwortlich, dass immer genügend Vorrat vorhanden ist.« »Erwohl, Herr Stabsarzt!« grunzte der Sanitätsgefreite. »Im Hof liegt ein ganzer Dachstuhl und wartet. Den werde ich nach und nach klein machen und in den Ofen hinein kacheln, dass es nur so rauscht. Erfrieren werden wir nicht.« Ende des ersten Teils Fortsetzung auf CD2 Eine vermummte Gestalt schob sich zur Tür herein. Hinter ihr tauchte ein Oberfeldwebel auf, in der Armbeuge eine Maschinenpistole. »Gestatten die Herren?« sagte der vermummte Hörflich. »Mersburg, Oberleutnant.« »Ich bitte um Hilfe.« »Köhler, Stabsarzt, sehr angenehme Oberleutnant.« »Wo fehlt's?« »Gleich Kopfschmerzen?« Der Oberleutnant begann, einen endlos langen Schal von seinem Kopf abzuwickeln. Dann kamen zwei wollende Kopfschützer und noch ein dicker Schal dran. Als Dr. Köhler die geplatzte, bläulich verfärbte Wunden habe, so erschrak er. »Wo? Wo haben Sie das her?« »Ein Flammenwerfer hat mich gestreift. Und dann habe ich noch einen Kolbenhieb draufbekommen. Das ist so vor vier Wochen gewesen. Die Sache ist inzwischen recht gut zugeheilt, aber jetzt setzt mir die Kälte arg zu und reißt den Schorf immer wieder auf. Ich habe höllische Schmerzen.« »Es ist natürlich etwas anderes,« sprudelte der Stabsarzt damals. »Aber hier sind Sie an der falschen Stelle. Hier kann man nicht viel dagegen machen. Sie brauchen eine Spezialbehandlung.« »Ich werde Ihnen also eine schmerzstörende Spritze geben und Sie zurückschicken. Sofort muss das sein. Heute Abend geht ein Lazarettzug ab.« »Ich danke für den guten Willen, Herr Stabsarzt,« widersprach der Oberleutnant. »Ich bin Ihnen schon für die Spritze dankbar. Sie wird wieder eine Weile vorhalten.« »Verbrennungen dritten Grades,« stellte Dr. Möll fest, »großflächig und tief in das Zellgewebe hineinreichend.« »Wieso leben Sie eigentlich noch?« »Ich bin zäh,« antwortete der Oberleutnant und machte einen missglückten Versuch zu lächeln. »Ein Urvieh bin ich. Da haben die Herren auf dem Hauptverbandsplatz festgestellt und mich angeschrien, weil ich mich geweigert habe, mich zurückschicken zu lassen.« »Ufassbar,« schnaufte der Stabsarzt. »So sind Sie vier Wochen lang herumgelaufen? Sie sind ein perfekter Selbstmörder, Herr. Wenn Sie rechtzeitig in ein Lazarett gebracht worden wären, hätten Sie jetzt keine Schmerzen mehr.« »Das stimmt. Der Lazarettzug ist nämlich in die Luft geflogen und bis auf die Eisenteile ausgebrannt. Und ich lebe immer noch. Ich bitte die Herren lediglich um eine Spritze und ein paar schmerzstillende Tabletten. Mehr brauche ich nicht. Damit komme ich durch.« »Ganz ausgeschlossen, mein Lieber! Schließlich sind wir Ärzte und haben so etwas wie eine Verflechtung. Keine Widerrede! Sie gehen mit dem nächsten Transport ab. Herr Kollege, fertigen Sie die Transportpapiere aus. Höchste Dringlichkeitsstufe und Lebensgefahr!« Mersburg ließ sich vorsichtig auf einer Kiste nieder. »Sie wollen mich also unbedingt umbringen, Herr Stabsarzt?« »Wieso umbringen? Ich will Ihnen doch bloß helfen!« Das halbe Gesicht des Oberleutnants zuckte. »Es wird kein Zug mehr durchkommen, meine Herren. Die Donfront ist durchbrochen und russische Panzer stehen schon vor dem Tschir. Andere rollen auf Glubinskaya zu. Auch Kalatsch hängt nur mehr an einem dünnen Faden. »Und in diesen hellen Börbel wollen Sie mich hinschmeißen?« »Er fiebert gefährlich«, murmelte Dr. Möll. »Mein Gesicht ist ein bisschen verbrannt, aber sonst bin ich normal.« »Ich habe das von Funkern.« »Offiziell wird das die Führung nicht gleich zugeben.« »Das kann man auch nicht verlangen.« »Vielleicht später einmal und dann in kleinen Dosen.« »Alles auf einmal würde uns glatt umwerfen.« »Aber Sie müssen das wissen.« »Das Fieber setzt Ihnen zu«, sagte der Stabsarzt beruhigen. »Kein Wunder.« »Das Fieber setzt Ihnen zu.« »Das Fieber setzt Ihnen zu«, sagte der Stabsarzt beruhigen. »Kein Wunder.« In diesem Zustand. »Wir machen das schon.« Sowjetische mechanisierte Kurs und eine Panzerarmee waren aus den Räumen Serafimovic und Kletzkaya herausgefahren, über den Don gegangen und auf den Chir vorgestoßen. Regen, Schauer, Schneetreiben und dichter Eisnebel hatten die deutsche Luftwaffe lahmgelegt. Die Maschinen standen auf den Rollfeldern herum und konnten nicht aufsteigen. Die rumänische Artillerie kam nicht zu gezieltem Schießen und feuerte aufs Geräute wohl. Die gepanzerte Armada randte schnurgerade auf die von rumänischen Verbänden besetzten Frontabschnitte zu, riss kilometerbreite Lücken aus ihnen heraus, preschte hindurch und fuhr der sechsten Armee in den Rücken. »Alarm« in allen Befehlsstellen des 48. Deutschen Panzerkors. Gegenstoß auf Kletzkaya. Die klirrenden Haufen setzten sich in Bewegung. Alles klappte vorbildlich. Sie kamen jedoch nicht sehr weit. Auf freiem Feld wurden sie gestoppt. Gegenbefehl aus dem Führerhauptquartier. »Kehrt machen und bei Biljow abriegeln«. Dort war die Lage noch viel brenzliger geworden. Ein rollendes Panzerkorps auf dem Allmarsch abfangen und umdrehen ist eine sehr riskante Angelegenheit. Denn dabei kann es leicht zu einem Chaos kommen. Das schwierige Manöver gelang, aber es wurde kostbare Zeit vertan. Jetzt ging es durch vereiste Schluchten und über ungesicherte Höhen. Ein Teil der Wagen fiel aus. Der Russe nutzte seine Chance und stieß mit schnellen Verbänden in den Gegner hinein. Der geschickt angesetzte Gegenstoß zerflatterte in Einzelaktionen, erreichte nicht viel und die sowjetischen Spitzen brausten ungehindert nach Südien. Eine Panzerjägerabteilung warf sich ihnen entgegen und schlug sie im direkten Beschuss zusammen. Das Allerschlimmste konnte verhindert werden. Aber die Hauptmacht jagte weiter, überrannte die Stellungen der dritten rumänischen Armee und rasselte auf Kalatsch zu. Innerhalb weniger Tage verlor die dritte rumänische Armee an die 75.000 Soldaten, über 30.000 Pferde, den gesamten Tross und alle schweren Waffen. Russen überall. Panzerkors, mechanisierte Kors, Infanterie und Schützenbrigaden auf Lastkraftwagen und motorisierte Artillerie. Schnelle Verbände quollen hervor und bewegten sich hierher und dorthin. Südlich von Stalingrad ging ein verstärktes, mechanisiertes Korps über die Volga, jagte westwärts, nahm Seti, drehte nach Nordwesten ein und hielt ebenfalls auf Kalatsch zu. Die deutschen Einsatzverbände hätten gleichzeitig überall sein müssen. Dazu waren sie aber zu schwach. Die Luftaufklärung konnte nicht viel ausrechnen, denn es herrschte Nebel und die Wolkenbänke hingen tief herab. Die Katastrophe warf ihre Schatten voraus. Am 21. November näherte sich die sowjetische Panzerspitze Golubinskaya. General Paulus' Armeestab musste in aller Eile ausweichen und verlegte nach Nischnitschivskaja an der Einmündung des Tschir in den Dornen. Die Funke hatten ihre Antennen noch nicht richtig ausgefahren. Da kam auch schon ein in Barschem Kasernenhofton gehaltener Befehl aus dem Führerhauptquartier. Sofort nach Gumurak verlegen! General Paulus schluckte den scharfen Bocken hinunter und flog mit seinem Start nach Gumurak. In den Abendstunden tauchten auf den Höhen vor Kalatsch sowjetische Stoßkeile auf und nahmen die Donnbrücken im Handstreich. Am nächsten Tag klappten die russischen Zangenbacken zu und der Kessel um Stalingrad war geschlossen. Schon Tage vorher hatte der Armeeeoberbefehlshaber alle Kampfhandlungen in der Stadt abbrechen lassen, aus den Divisionen Kampfgruppen herausgelöst und sie dem heranrückenden Gegner entgegengeworfen. Dreimal hatte er an das Führerhauptquartier gefunkt und Handlungsfreiheit für sich erbeten. Handlungsfreiheit bedeutet in dieser besonderen Lage die Erlaubnis zu gewaltsamem Ausbrechen aus dem Kessel. In der Nacht des 23. November, als es einwandfrei feststand, dass die Lage aussichtslos war, hatte er seiner Bitte hinzugefügt, die Armee geht der sicheren Vernichtung entgegen. Das hieß, ausbrechen und dadurch wenigstens die Reste retten, soweit es überhaupt noch möglich sein sollte. Die Antwort war niederschmetternd. Armee igelt sich ein und wartet Entsatz von außen her ab. Rund 250.000 Soldaten saßen in einer Falle von riesigen Ausmaßen. Und niemand konnte sagen, was noch geschehen würde. Viele von ihnen hofften auf ein Wunder, viele verzeigten. Der Rest zuckte gleichmütig mit den Schultern und hoffte insgeheim, dass man eine ganze Armee nicht verheizen könne und alles tun würde, um dem schon etwas angerosteten Nimbus von Unbesiegbarkeit neuen Glanz zu verleihen. Zwischen dem Tschir und der Donnenschlinge lagen die hervorragend ausgebauten Flugplätze Morosowskaja und Tazinskaja. Über sie ging die gesamte Versorgung für die 6. Armee. Sie waren dementsprechend stark gesichert. Ihr Verlust wäre gleichbedeutend mit dem Todesstoß gegen die Stalingrader Front gewesen. Nördlich von Morosowskaja lag eine Abteilung Flack in einer kleinen Ortschaft gleich daneben, in einer Ziegelei, zwei Batterien Feldhaubitzen. Bisher hat es hier nicht viel Aufregung gegeben. Nur ganz selten ließ sich ein vereinzelter russischer Aufklärer blicken, pionierte ein wenig herum und hielt sich im Übrigen in respektvoller Höhe. »Das hier ist zum Einschlafen,« knurrte Oberwachtmeister Fröbe giftig, »eine Beschäftigung für Armenhäusler oder Altersheimpfleglinge.« »Du hast immer was zu meckern,« brummte Wachtmeister Etlacher. »Sei froh, dass es eine Weile Ruhe ist.« Fröbe schließt den Zeigefinger gegen die Stirn und stürmte aus der Bude. Der Kanonier Bremke steckte seinen Kopf zur Tür herein. Bremke war Putzer beim Kompaniechef und konnte sich deshalb etwas herausnehmen. Er grinste. »Wissen die Herren schon?« »Mach erst einmal die Tür zu,« brummte Motz. »Was weißt du?« »Es tut sich etwas,« flüsterte Bremke wichtig-tourisch. »Wir werden bald etwas erleben.« »Alarmstimmung?« »Noch nicht ganz, aber ähnlich.« »Der Alter hat zum Chef müssen. Bevor er davon ist, hat er zum Spieß gesagt, alles fertig machen.« Die Tür flog wieder zu. Etlacher sah man uns bedeutungsvoll an. »Also vielleicht doch etwas Besonderes.« »Sieht ganz so aus.« »Na, wir werden ja sehen. Wenn man einen vollen Bauch hat, ist alles bloß halb so schlimm.« Fröbe kam wieder zurück. Alles an ihm zappelte. »Wo sind die Karten?« brüllte er. »Willst du mitten in der Nacht Karten spielen?« wunderte sich Etlacher. »Ja, der spinnt wirklich,« sagte Motz Kopfschütteln. »Da ging es kein Grat gewachsen.« Fröbe breitete die Karte aus, deutete auf eine bestimmte Stelle. »Hier und hier und hier sind sie über den Donn gekommen. Warum sollen sie drüben stehen bleiben, wo wir ihnen so schön Platz gemacht haben? Ist das alles, was du erfahren hast?« Fröbe funkelte den Spötter böse an. »Du wirst gleich anders dreinschauen. Sie sind nämlich nicht nur bei den Rumänen durch. Sie rollen schon auf den Tschir zu und gleichzeitig auf Kalatsch auch. Verstehst du überhaupt, was das zu bedeuten hat?« Motz sprang auf und beugte sich über die Karte. »Verflucht! Das ist kein Spaß mehr, Herrschaften. Es wird ernst. Zusammenpacken, gleich wird's klingeln!« Im Norden grummelte es. Das waren russische 15 Zentimeter Panzerkanonen. Dazwischen kleckerten ganz dünn und bescheiden deutsche Pack und hin und wieder auch immer eine Hobitze. Motz hielt den Kopf schief und räuchte. »Mahlzeit. Es bleibt dabei.« »Zusammenpacken!« Etlacher nickte trübe. »Es geht los.« Es ging nicht los. Denn die Sicherungen der Flugplätze, Morosowskaja und Tazinskaja, durften nicht geschwächt werden. Sie mussten bleiben, über sie ging die gesamte Versorgung zur Stalingrader Front. Und jetzt, wo der Kessel zu war, erst recht. Zwanzig festgefahrenen Divisionen musste der Rücken freigehalten werden. Was am Tschir stammt, mochte selber zusehen, wie es mit der augenblicklichen Lage zurechtkam und sich notfalls mit eigenen Mitteln behelfen. Wenn die Russen über den Fluss herüberkamen und in den leeren Raum im Südwesten hineinstießen, war sogar Rostov das Tor zur Kaukasusfront in höchster Gefahr. Wenig später sickerte die Nachricht durch, dass die deutschen Feldflugplätze im Donnbogen dem Gegner in die Hände gefallen waren. Mitsamt den Nahaufklärern und allem Bodenmaterial. »Was ist eigentlich los?« fragte der Panzerfahrer Kubischinski-Mörrisch und verschlafen. Und so mitten aus dem schönsten Schlaf und bei diesem Sauwetter. »Halt's Maul!« schrie ihn der Funke an. »Bei dem Gequatsche versteht man kein Wort!« »Du, mach die nicht so wichtig, du!« »Keine Unterhaltung, meine Herren«, warf der Kommandant dazwischen. Er stand im offenen Turm und hatte die Hörer umgestellt. Die Division war Ende September aus Stalingrad herausgezogen, aufgefrischt worden und hatte als Heeresgruppenreserve etwa 50 Kilometer südlich der Stadtgrenze in der Steppe gelegen. Und jetzt standen sie in Regen- und Schneetreiben und wussten von nichts und frohren. »Die Kommandanten zum Chef!« Leutnant Wolf übergab dem Richtschützen das Kommando und kletterte aus dem Turm heraus. »Schieß endlich los!« schimpfte Kubischinski. »Die Luft ist rein!« »Du machst immer solche Sachen und dabei weißt du doch ganz genau, wie er ist«, verteidigte sich der Funker. »Wie soll ich reden, wenn er mithört?« »Machst immer ein Theater um jede Kleinigkeit herum. Was ist bloß?« »Russenpanzer! So, und jetzt gib endlich Ruhe!« »Was? Wo kommen denn die her?« »Das musst du sie schon selber fragen.« »Also wieder Stalingrad, und es hat doch geheißen, dass wir im Frühjahr nach Astrahan sollen.« »Kannst dich ja beschweren wegen gestörter Winterruhe!« Der Leutnant kam wieder hereingeklettert. »Anwerfen!« Die Gruppe tappte durch dicken Nebeln nordwärts. Die Vorausabteilung war wie blind. Das war kein sehr gutes Gefühl, besonders für den Fahrer. »Sauladen«, dachte Kubischinski. Laut denken durfte er nicht, denn der Leutnant hatte eingeschaltet und hörte mit. Rechts und links von ihnen schrammte Eisen gegen Eisen, wenn zwei Wagen zu nahe aneinander gerieten. Endlich riss der Nebel auf und die Sicht wurde klarer. Der Haufen wurde schneller, holte auf und arbeitete sich näher an die Vorausabteilung heran. Plötzlich quakte es aus dem Bordfunk. »Vor uns Feindpanzer! 12 Uhr, 450 Meter, Panzergranaten! Feuer frei!« Wie eine Herde riesiger Elefanten zuckelten die Kolosse auf breiter Front heran. Die dicken Rohre wippten wie schnubbernde Rösser. Die Kommandanten tauchten unter, die Lukendeckel klappten zu. Feuer frei! Die Rohre spielten Flammen und Rauch aus. Die überraschten Sowjets zögerten und versäumten ihre Chance. Sie kurften wild herum, fuhren durcheinander und behinderten sich gegenseitig. Einige Fahrzeuge brachen aus dem Verband aus und zogen sich auf eigene Faust zurück. Der Rest kam zu keinem zusammengefassten Feuer und wurde zusammengeschossen. An dieser Stelle konnte die russische Walze gestoppt werden. 30 Kilometer südlich rollte sie aber unbehindert westwärts. In dieser Nacht brachte ein Sturmbut den General Ruscha Tamashvili über die Wolga herüber. Der General war ein Abgesandter Jeremenkos und kam zu einer wichtigen Besprechung. Im Befehlsbunker hinter der Brotfabrik traf er mit Schuikow, dessen Stabschef Krilov, und dem Chef des Frontkriegsrates Stalingrad zusammen. Er redete nicht mehr lang um die Sache herum, sondern sprang gleich mitten hinein. »Stalin lässt euch danken und seine Anerkennung aussprechen. Die Lage ist verfahren und verzweifelt gewesen, aber ihr habt sie gemeistert und Stalingrad gerettet. Der Kessel ist geschlossen, wir dürfen wieder aufatmen.« »Wie viele Divisionen bringen Sie mit, Genosse General?« fragte Nikita Khrushchev kalt. Der Abgesandte zuckte mit keiner Wimper. »Nicht einen einzigen Mann. Ihr müsst mit dem auskommen, was ihr habt. Wir brauchen jedes Gewehr an den Kesselfronten. Vielleicht später einmal.« Er schob den Stabplan beiseite und breitete eine Karte aus. »Der Kessel konnte also geschlossen werden, aber der Einschließungsring ist dünn, und die Deutschen rennen gegen die schwächsten Stellen an. Sie machen das sehr geschickt. Der Sater mag wissen, wie sie gerade diese Stellen herausbekommen haben.« »Die Deutschen greifen also an,« knurrte Nikita Sergejevich. »Und wir sitzen hier und reden. Haben wir so viel Zeit? Warum geschieht nichts?« General Tamashvili kniff die Lippen zusammen und überging den bissigen Zwischenruf. »Die Lage. Am Tschir haben wir die Armeegruppe Hollitsch stoppen können, aber über den Aksai haben wir zurückgehen müssen. Die Deutschen sind nachgestoßen und haben einen tiefen Brückenkopf herausgeschlagen. Am Aksai steht es nicht gut.« »Zurückgehen haben wir müssen,« fuhr Khrushchev gereizt auf. »Dazu haben wir unsere besten Verbände hingeschickt. Das hätten auch Schaftreiber und alte Weiber fertiggebracht.« »Im Augenblick ist das so, Genosse von Kriegsrat. Daran kann in den nächsten Stunden niemand etwas ändern, nicht einmal ihr wildes Gesicht.« »Wir werden alles tun,« Nikita Khrushchev ballte die Fäuste. »Wir? Wir sind wie ein alter Mürbersack voller Löcher und Risse.« General Schuikow beugte sich über die Karte. »Der Stoß zielt in unseren Rücken. Wenn Paulus jetzt nach Süden ausbricht und sich mit Hut vereinigt, sind wir im Kessel. Wer führt die Deutschen Verbände außerhalb des Kessels?« »Mannstein.« Schuikow blickte überrascht auf. »Mannstein? Ein gefährlicher Mann. Und wo hält sich Paulus auf?« »Im Kessel zwischen Stalingrad und Gumrak, in einem Loch tief unter der Erde.« »Wie wir, Genossen,« fauchte Nikita Khrushchev bösartig. »Ganz so wie wir. Nur mit dem Unterschied, dass er in unserem Land hockt und wir nicht in seinem. Und vor lauter Kessel und Kesselchen wird sich bald kein Mensch mehr auskennen, wo er ist und wohin er eigentlich gehört. Es ist zum Spein.« Schuikow hob den Kopf und sagte ruhig. »Beruhigen Sie sich, Genosse Nikita Sergejewitsch. Das alles hat keinen Zweck, so kommen wir nicht weiter. Das Schlimmste haben wir hinter uns.« Er wies auf zwei Punkte auf der Karte. »Hier, Morosowskaja und Tassinskaja. Auf sie kommt jetzt alles an. Wenn wir den Deutschen die Flugplätze wegnehmen, schneiden wir ihnen die Lebensarte durch. Dann müssen wir nur noch warten, bis sie verhungert oder erfroren sind. Der russische Winter ist hart und grausam.« Das Forsthaus südlich von Kremenskaja beherbergte jetzt den Stab einer sowjetischen Schützenbrigade. Der deutsche Chorkommandeur hatte mitten in der Nacht vor der heranrollenden Panzerspitze in die Steppe ausweichen müssen. In einem Zug war es über den Tschir und den Donetz bis in die Nähe von Nowodscherkask gegangen. Auch hier war es wieder ein Forsthaus. Es lag am Westufer des Don und nach Rostow war es nicht mehr sehr weit. Inzwischen hatte sich viel geändert, allerdings nicht zum Besten. Der kommandierende General unterbrach seine rastlose Wanderschaft quer durch die Stube. Er blieb schließlich vor seinem Staatschef stehen und verschränkte die Arme hinter dem Rücken. »Wenn ich nicht befürchten müsste, dass Sie mir gleich ins Gesicht springen, Herr von Hemsbach, würde ich Sie gerne etwas fragen.« Der alte Oberst seufzte ergeben. »Ich kann's mir schon denken, aber bitte, Herr General.« »Was halten Sie von der augenblicklichen Lage?« »Unsere Lanze haben für so etwas eine sehr treffende Bezeichnung. Das Wort ist nicht sehr fein, aber es trifft den Nagel auf den Kopf. Ich verstehe, mein Bester, und diesmal bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber trotzdem, also...« »Wenn Sie es unbedingt hören wollen.« »Der Karren ist verfahren und hängt bloß noch an zwei kreuzlahmen Gollen, Modosowskaja und Tassinskaja. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Wenn auch Sie verrecken, gehen wir alle vor die Hunde. Wir, die da drüben im Kessel, alle miteinander.« Der Kommandierende zog erstaunt die Augenbrauen hoch. »Höre ich leicht? Sie glauben also auch schon daran, dass man eine ganze Armee längere Zeit hindurch aus der Luft versorgen kann?« »Ich muss.« »Es bleibt mir nichts anderes übrig.« »Worauf könnten wir sonst noch hoffen?« »Ein morscher Strohhalm in einem Wildwasser.« »Zugegeben, aber vielleicht hält er.« Er kratzte sich am Kinn und überlegte. »Schließlich ist es im Demjanska-Kessel auch gegangen. Ein paar Monate lang, und sie sind wieder herausgekommen. Damals sind es allerdings nur einhunderttausend Mann gewesen, und die Versorgungsbasen waren fest in unserer Hand. Wenn die Luftwaffe genügend Transportmaschinen bereitstellen kann und das Wetter nicht so schlecht wird...« Der Chorkommandeur wurde zum Telefon gerufen. Er blieb lange Zeit fort. Inzwischen rechnete Oberst von Helmsbach. Als der General zurückkam, drückte sein Gesicht neue Zuversicht aus. »Fünfhundert Tonnen jeden Tag,« murmelte der Oberst und betrachtete die Zahlen rein. »Wenn die im Kessel die Leibriemen ganz eng schnallen, alles zusammenkratzen und nach und nach die Pferde schlachten, könnte es vielleicht sogar mit dreihundertfünfzig gehen. Dreihundertfünfzig Tonnen und hauptsächlich Munition und Sprit und Sanitätsmaterial. Kein einziges Kilogramm weniger.« »Ersticken Sie mir nicht an Ihren Zahlen, Ungetümen,« knurte der General. »Schließlich sind Sie hier nicht Quartiermeister.« »Diesmal bringe ich gute Nachrichten. Hitler hat endlich nachgegeben und die siebzehnte Panzerdivision freigestellt. Die Höhen von Aksai sind fest in unserer Hand.« »Aber das ist noch nicht alles. Im Abschnitt Mischkova ist der Russe zurückgedrängt worden, und wir haben einen starken Brückenkopf bilden können. Nur noch fünfzig Kilometer trennen die Spitzen Hots von den Stoßverbänden im Kessel.« »Jetzt nur noch einen kräftigen Schub, und der Genosse Jeremenko sitzt in der Falle.« Der Oberst nickte beifällig. »Gute Nachrichten, ganz ausgezeichnete Nachrichten. Jetzt hängt alles von Morosowskaja ab. Gerade jetzt!« Er nahm einen Rotstift, kreuzte sich diesen bedeutungsvollen Tag auf dem Kalenderblatt an. Das war in den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 1942. »Direkt ein Frühlingslüftchen«, sagte der Wattmeister Florian Schöppel und sog schnuppern die eisige Luft in sich hinein. »Man ist gleich wieder ein ganz anderer Mensch. Lumpige 20 Grad, was ist das schon? Und wenn das so bleibt, können wir bald an die feineren Arbeiten rangehen.« »Gestern sind es 30 gewesen, und morgen werden es wahrscheinlich wieder 40 oder 45 sein«, stellte der Bordmechaniker Janko. »Wir werden noch etwas erleben. Der richtige russische Winter kommt erst.« »Ihnen kann nicht mehr viel passieren«, brummte der Werkmeister. »Ihr bisschen Hirn ist schon längst eingefroren. Was habt ihr denn alle? Wollt ihr immer nur beim Ofen hocken und die Daumen drehen? Und wer soll die viele Arbeit machen, hä? Bewegt euch doch! Da wird euch schön warm. Aber euch ist es der Piep egal, ob die verdammten Kisten fliegen können oder nicht. »Berbinski! Was stehen Sie schon wieder wie ein Büschel Zittergras hier herum? Klappt das mit den verklemmten Landeklappen schon?« »Mir ist zu kalt«, jammerte der Motoren-Schlosser Karl Berbinski. Seine bläulich verfärbten und aufgesprungenen Lippen bibberten. »Ich glaube, ich erfriere von innen heraus.« »Dann sind Sie ein Wunderkind«, polterte Schöppel. »Ein normaler Mensch erfriert von außen nach innen, wie es sich gehört. Also, ausnahmsweise, zehn Minuten zum Aufhören in der Baracke bewilligt. Länger geht es beim besten Willen nicht. Ab!« »In der Baracke ist es auch kalt«, Herr Wackmeister, schlucht sie bei Winski klänklich. »Vielleicht ein bisschen beim Wärmewagen.« »Wärmewagen? Sind Sie denn ganz von Gott verlassen? Und die Motoren werden wir dann anhauchen, damit sie wieder in Schwung kommen. In die Baracke, Marsch, Marsch, und nicht länger als zehn Minuten!« »Sie sind hart«, sagte der Leutnant und schlug mit dem Armen um sich, um sich warm zu machen. »So kenne ich Sie doch gar nicht.« »Man wird hier so«, brummte der Baracke. »Man muss so werden. Er ist ein armer Teufel und erbarmt mich, aber es geht nicht anders. Für keinen von uns ist das hier ein Vergnügen. Fragt vielleicht Sie jemand, ob Ihnen kalt ist oder heiß, ob Sie noch können oder nicht? Sie bekommen Befehle, sausen in die Mühle rein und fliegen, basta!« Auf dem Einsatzflugplatz Tassinska, ja, war das schon einmal so. Eisnebel, grimmige Kälte, schneidende Schneestärme, es riss einem das Werkzeug aus den klammen Händen, wo man hingriff vor gleich der Forsthandschuh fest, und fast jede zweite Maschine kam als Schrotthaufen, die 200 Kilometer von Pitomnik herangetorkert, wenn sie überhaupt noch zurückfand. Kaum ein Viertel der Maschinen war einsatzbereit, oder was man so als einsatzbereit bezeichnete. Die anderen standen oder lagen am Rand des Platzes herum, und dicke Schneehaufen deckten sie zu. Tag und Nacht wurde im Freien gearbeitet, bei jedem Wetter, so gut es eben ging. Feinere Arbeiten konnten schon lange nicht mehr gemacht werden. Was nicht mit dem Vorschlag, Hammer zu reparieren war, wurde auf den Abstellplatz geschoben. Was noch einigermaßen zusammenhielt, flog, flog, flog. »Dauert es noch lange?« drängte der Leutnant. »Ich sollte längst.« »Sind Sie lebensmüde?« knurrte der Werkmeister. »Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Mit Ihrem torpedierten Sperrschiff ist es nichts mehr. Sie kämen nicht einmal vom Boden hoch. Und was man Ihnen außerdem alles hineingestopft hat.« »Ich muss, Vater Schöppel, ich muss. In Pitomnik warten Sie auf mich. Dieses Elend können Sie sich nicht vorstellen. Jeden von uns begrüßen Sie wie einen Engel vom Himmel. Ich habe erwachsene Männer vor Freude weinen sehen.« »Ich weiß, ich weiß«, mummelte der Werkmeister. »Aber was soll ich machen?« Das ging jeden Tag so. Die Flugzeugführer flogen mit verrotteten Maschinen, zumeist durch dicken Nebel, mit Überlast und dazu noch Blitt. So ungefähr in die Richtung, in der Pitomnik lag. Wenn sie das Blinkfeuer aufleuchten sahen, hatten sie Glück gehabt. Nicht jeder hatte dieses Glück. Viele verfransten sich im Nebel, taumelten in die Irre und landeten beim Rossen. Pitomnik war kein raffiniert ausgebeuter Flugplatz mit Kontrollsystemen, Bodensicherung und ähnlichen Scherzen. Die Landepiste war ein schmaler, aus dem Schnee heraus gestampfter Streifen Sturzacker. Mit der Platzbeleuchtung musste der sowjetischen Jägerwegen sehr vorsichtig umgegangen werden. Sie hingen überall in der Luft und lauerten auf leichte Beute. Wer in Pitomnik ohne Bruch aufsetzen wollte, musste ein Radar hören im Kopf und ein halbes Dutzend Schutzengel um sich herum haben. War er glücklich unten, hieß es gleich, vom Land der Streifen verschwinden und den anderen Platz machen. Ausgeladen wurde am Rand des Sturzackers. Und gründlich. Erst kam das Ladegut dran, dann wurde ein Teil des Sprits aus den Flächentanks abgelassen. Dem Piloten blieb nur das, was er für den Rückflug unbedingt brauchte. Es wurde da ganz knapp gerechnet. Für den kleinsten Umweg reichte es selten und meistens krachte die Kiste irgendwo in die verschneite Steppe hinein. Es ging nicht anders. Jeder Tropfen Sprit wurde gebraucht. Für die Jäger des Platzschutzes, für die Panzer, für die Lastkraftwagen, die in den Kessel herumfuhren und die Einheiten versorgten. Am 24. Dezember war es schließlich soweit. Der Nebel hing wie eine dicke Milchsuppe über dem Flugplatz Tassinskaya. Man sah kaum seine Nasenspitze. An die 180 beladene U-52 standen da und warteten, dass sich die Waschküche auflockerte. Plötzlich begann die Flak zu feiern, ganz wild und hysterisch. Die Männer sahen einander verdutzt an. Waren denn Rossen in der Luft bei diesem Sauwetter? In der Luft waren sie nicht. Sie kamen durch den tiefen Schnee herangerollt. Es waren angestrechene Ungetüme mit dicken Köpfen und klobigen Nasen. Orangefarbene Feuer stoben aus ihren Nüsterne vor. Auf breiter Front wühlten sie sich heran und schossen im Fahren. Glücklicherweise sahen auch ihre Besatzungen nicht viel und hielten bloß auf gut Glück in die milchigen Schwaden hinein. Im allerletzten Augenblick gelang es, 120 Maschinen vom Boden hochzukommen und es weiter zu suchen. Alles andere fiel den Sowjets in die Hände. Alles. Die Werkstätten und die Wärmewagen, die das gesamte technische Gerät bis zur letzten Schraubenkiste hielten. Acht Tage darauf ging auch Morasovskaya flogen. Die Verbände im Kessel bekamen es bitter zu spüren. Keine Verpflegung, keine Munition, kein Sanitätsmaterial. Nichts. Und dazu tausende von Verwundeten und Kranken und Sterbenden. Sie traf es am halbesten. In aller Eile wurden behelfsmäßige Rollbahnen errichtet. Bei Salzg, bei Nowodzjakarsk. Nach Bitomnik war es jetzt 100 Kilometer weiter. Es hieß, längere Anflugszeit, höherer Spritverbrauch, weniger Ladung. Größere Bedrohung durch russische Jäger. Bei jedem Wetter stiegen tollkühne Besatzungen auf und flogen in den Kessel. Sie brachten zwar nur wenig mit, aber der Ausschlag gab die moralische Wirkung. Die Männer im Kessel kamen sich nicht ganz verlassen vor. Die Sowjets regten sich emsig. Sie errichteten an den Anflugschneisen Flakstraßen, setzten die Bodenbeleuchtung von Morosowskaja wieder entstand und taten alles Erdenkliche, um die deutschen Flugzeugbesatzungen zu täuschen und zum Landen zu veranlassen. Was sie an Jägern und Schlachtfliegern zur Verfügung hatten, war pausenlos in der Luft. Im Kessel warteten die Männer auf ein Wunder. Sie warteten, froren, kämpften und starben. Trotzdem, bis in die Januartage hinein, war die militärische Lage nicht ganz hoffnungslos. Im Kessel gab es immerhin noch Reste von Munition, einzelne Einheiten verfügten noch über schwarze Bestände an Sprit und Verpflegen. Im Großen und Ganzen war die Führung einheitlich und die Fronten zeichneten sich klar ab. Das änderte sich aber erschreckend rasch, geradezu schlagartig und plötzlich von einer Stunde auf die andere. Am 10. Januar schickte das sowjetische Oberkommando Parlamentäre in den Kessel und machte erstaunlich großzügige Verhandlungsvorschläge. Diese Großzügigkeit hatte ihren guten Grund. Stalin wollte die Unzahl von Großverbänden, die die 6. Armee an sich dann frei bekommen, um mit ihnen den Stoß gegen Rostov zu führen und solcher Art die deutsche Kaukasusfront von ihren rückwärtigen Verbindungen abzuschneiden. Das wusste sogar Hitler. Er lehnte kategorisch ab und verbot jeden weiteren Kontakt mit dem Gegner auf das Strengste. Daraufhin trat die Rote Armee zum Großangriff gegen die Kesselfronten an. An die 6.000 Geschütze aller Kaliber donnerten los. Anschließend traten Panzerverbände und mechanisierte Brigaden zum Sturm an. Es gelang ihnen, die Regelstellungen im Westen und Süden an einigen Stellen aufzureißen und fächerartig durchzustoßen. Das war der Anfang vom Ende. Im Vorgelände von Stalingrad gab es bald keine geschlossenen Fronten mehr. Überall Russen, die Deutsche, Rumänen, Ungarn und Italiener vor sich hertreten. In der Stadt verliefen die Kampflinien quer durch Trümmerfelder, mitten durch Hausruinen und über Schutthalten hinweg, die aufgerissenen Bürgersteiger entlang und über freie Plätze. Seit die Flugplätze Molosowskaja und Tassinskaja verloren gegangen waren, ging es schnell abwärts. Denn es fehlte so ziemlich an allem. Hauptsächlich Munition, Sprit und Sanitätsmaterial. Batterien mussten gesprengt und bewegungslose Panzer, Zugmaschinen und Lastkraftwagen angezündet werden. Die Lazarette waren vollgestopft mit Verbundeten und Kranken. Es gab keine Medikamente, keine Betäubungsmittel und kein Flöckchenverbandstoff mehr. Ärzte, Chirurgen und Sanitätshilfe operierten und arbeiteten am laufenden Band und bis zur Erschöpfung. Aber sie konnten nur einem winzigen Tal wirklich helfen. Einheiten wurden auseinandergerissen und versprengt. Alles flüchtete in die Stadt, um dem sicheren Untergang zu entgehen. Für den Augenblick wenigstens. In Stalingrad gab es immerhin noch Kellerlöcher, unterirdische Schächte und Gänge, Kanäle und Stollen, die vor Bomben und Artilleriebeschuss Schutz wurden. Hier konnte man sich mit Spaten, Messern und Eisenstangen seiner Angreifer erwehren. Der Endkampf wurde grauenhaft. Die Knochenmühle an der Wolga klapperte und polterte unaufhörlich und rastlos. Tag und Nacht. Sie machte keinen Unterschied und fraß alles gierig in sich hinein. Deutsche und Russen, Zivilistenfrauen, alte Männer und Kinder. Menschen, 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 junge und betagte, begeisterte und verzweifelte, von hoher Zuversicht erfüllte und kleinmütig gewordene, von Angst und Entsetzen geschüttelte Menschen. Und diejenigen, die das Malwerk noch nicht erfasst und in sich hineingesogen hatte, kämpften weiter, schlugen aufeinander los, verbissen sich ineinander, stürmten vorwärts oder wichen schrittweise zurück. Was gibt es denn heute zu futtern? fragte Schubbe und rieb sich die erfrorene Nase. »Schneewasser«, antwortete der Gefreite im Ersatzmann mürrisch, »ohne alles, und auch das nur, wenn jemand Brennholz beschafft, wenn nicht, dann bloß Schnee.« »Ein Elend ist das«, stöhnte der essfreudige Obergefreite, »vorgestern eine halbe Schnitt der Kneckebrot, gestern nichts, und heute klares Schneewasser zum Wagen ausspült.« Er dachte angestrengt nach. »Wir sind noch blöder als die sturen Panzer. Wenn die keinen Sprit kriegen, bleiben sie einfach stehen. Wir machen auch mit leerem Bauch noch weiter.« Laufdach zum Ivan hinüber, mischte sich der Obergefreite doll in das Gespräch. »Der Ivan garantiert jedem gute Behandlung und ausreichende Verpflegung und Heimkehr nach dem Krieg. Erst gestern hat er wieder Einladungen abgeworfen. Lauf also hinüber, die zweite Gasse rechter Hand nicht zu verfehlen.« »Die Idee ist nicht schlecht«, brummte Schubbe. »Wer macht mit?« »Wo wollen Sie hin?« Pfennigbauer war aufgesprungen, hatte Schubbe am Arm gepackt. »Nachschauen, ob's nicht wo was zu organisieren gibt, der Oberfeld. Da Hocken und Elend nicht verhungern, das ist kein Geschäft für den Michel Schubbe. Also, wer macht mit?« »Ich«, erklärte Marschinger, »vielleicht ist noch ein Wirtshaus offen.« Die Nacht war schwarz, und der Himmel hing voller Wolken. Von Kasachstan wehte ein eisiger Wind herüber und bis ins Gesicht. Als sie aus dem Kellerloch hervorkrochen, konnten sie überhaupt nichts sehen. Die Augen mussten sich erst umstirmen. Einer knurrte, »Bei den Bolschewiken muss es Schnaps gegeben haben. Sie singen. Hört sich nicht schlecht an, fast so schön wie die Lillimanin, nur Brummiga.« Die Stimme gehörte dem obergefreiten Beutelschläger. Sie klang dumpf und wie aus weiter Ferne, weil sie durch zwei Kopfschützer einen wollenen Schal und dann noch durch den hochgeschlagenen Mantelkragen hindurch musste. Seine dünnen und endlos langen Beine steckten in weitschäftigen Filzstiefeln wie in Blumenvasen. Den Karabiner hatte er sich um den Hals gehängt und den Stahlhelm ins Genick geschoben. So hörte man besser. Als sich die beiden nach rechts wandten, zischelte er warnend, »Andersrum, da hinüber geht's zum Ivan.« »Dann sind wir ja richtig kunst, Marschinger.« Nach einer halben Stunde kehrten sie wieder zurück. Schubbe leerte zwei Brotbeutel aus und knallte einen vollen Sack auf die Munitionskiste, die als Tisch diente. »Ehmel, ist das Wasser schon heiß? Heute gibt es Fischsuppe und Brot und Kascher. Jeder, so viel er will. Gespart wird nicht, ist ja genug da.« »Wo habt ihr eingekauft?« fragte Pfennigbauer. »Bei Ivan. Wenn man schon überall offen soll, wird man wenigstens wissen, wie da die Kost ist.« »Wie habt ihr das wieder gedreht?« »Ist ganz einfach gegangen. Der Marschinger hat sich mit dem besoffenen Posten unterhalten und ich bin nachschauen gegangen. Sie saufen und singen, sie singen ziemlich schön und laut. Und im Hausflur ist alles recht ordentlich auf einem Brett gelegen. Bloß zum Aussuchen und Mitnehmen.« Oberleutnant Meersburg kam von der Division zurück. Zu essen hat es nichts gegeben. Aber er brachte ein paar Schachteln Zigaretten mit, für jeden drei Stück. Es war wie an einem hohen Feiertag. Die Fischsuppe war höllisch scharf gewürzt, aber mit Brot schmeckte sie großartig und die steife Kascher füllte den Magen schön aus. Es war wirklich wie an einem hohen Feiertag. »Wir haben eine neue Aufgabe bekommen,« verkündete der Kompaniechef. »Wache beim Divisionsstab. In zwei Stunden werden wir abgelöst. Hierher kommt ein Zug Nachrichtenleute.« »Werden die den Krieg telefonisch führen?«, erkundigte sich doll. »Heute ist schon alles möglich.« Die Nachrichtenleute ließen auf sich warten. Vor ihnen tauchten sibirische Schützen auf. Anscheinend hatten sie gemerkt, dass ihnen jemand über die Speisekammer gekommen war und setzten zu einer privaten Vergeltungsaktion an. Völlig lautlos, anders als sonst, tauchten sie aus dem Dunkel hervor und schnellten hin. Die deutschen Posten feuerten, Beutelschläger schickte eine Leuchtkugel in die Luft und die Maschinengewehre ratterten. Was im Keller war, kam heraufgestürzt und half mit. Damit hatten die Russen nicht gerechnet. Der Spuk stob auseinander, die Angreifer fluteten zurück und es wurde wieder ruhig. Später drückten sich verschwommene Gestalten aus der Querstraße heraus und näherten sich zögernd. Sie schwangen brennende Laternen und eine Bassstimme dräunte. »Nix schießt, Sanitär! Nix schießt, Sanitär!« »Was wollen Sie?«, fragte ein Neuling verdutzt. »Ihre Verwundeten zurückholen,« erklärte Pfennigbauer. »Wo ist der Chef?« »Lasst sie«, stimmte Merzburg zu. »Wir sind keine Unmenschen.« »Macht ihr doch Licht und passt scharf auf, für alle Fälle und dass ihnen nicht vielleicht etwas einfällt.« Zwei Leuchtkugeln zischten schrägenden Höhe. Die grell angestrahlten Hauswände standen wie Theaterkulissen vor dem schwarzen Nachthimmel. Die Russen suchten Deckung. Pfennigbauer trat zwei Schritte vor und brüllte, »Edi, siuda! Ihr sez minut!« Das war zwar kein klassisches Russisch, aber die Sibirier verstanden es schon. »Komm her, zehn Minuten!« Sie kamen herbeigerannt, legten ihre gefallenen Kameraden auf Baren und trugen sie im Laufschritt zurück. Als alle weggebracht waren, schwenkte der Truppführer die Laterne, winkte herüber und schrie, »Spasiba, товарищi! Spasiba!« »Wir beginnen, uns anzufreiten«, stellte Dolgrimmig fest. »Kann nicht schaden. Wer weiß, wie es noch kommt.« Endlich kam die Ablösung und übernahm den Abschnitt. Es war blutjunges Volk, von einem älteren Feldwebel geführt. »Hier werden wir nicht bleiben«, sagte der Feldwebel. »Spätestens gegen Mittag kauen wir ab und gehen zurück. Wahrscheinlich bis zur Spinnerei hat's geheißen. Wenn wir dann noch leben. Wer hätte das vor sechs Wochen für möglich gehalten? Ich habe schon meinen Urlaubsschein in der Tasche gehabt.« »Die Stellung ist nicht schlecht«, tröstete ihn der Kompanierchef. »Ihr habt freies Schussfeld und gute Deckung.« »Und rechts von hier liegen Pioniere.« »Wenn ihr genug Munition habt«, »rechts«, »ist niemand mehr, Herr Oberlandland.« »Die Pioniere haben sich abgesetzt.« »Nur zwei MG-Trupps sind noch da.« »Sie haben dem Ivan etwas vorzumachen, damit er nicht gleich was merkt und nachstellst.« »Und von wegen Munition, du lieber Himmel!« »Was für hart so zusammengekratzt haben!« Das Häuflein marschierte im Gänsemarsch durch die nächtlichen Gassen, an Häuserruinen vorüber, die aus leeren Fensterhöhlen in den Himmel starrten. Neben einem umgestürzten Sanker lag eine zertrümmerte Pack, ein ausgebrannter Panzer steckte zur Hälfte in einem Kaufladen, und überall Berge von Schutt und allerlei Gerümpel. »Also, Divisionswache«, sagte Pfennigbauer, »an sich kein schlechtes Geschäft. Ob sich das aber lange halten wird, glaube ich selber nicht. Wenn's hochkommt, ein paar Tage. Überall fehlt's. Manche Regimenter bestehen aus fünfzig oder sechzig Mann.« Im Westen glühte der Himmel. Im Süden loderte er blutrot. Scheinwerfer schwenkten ihre Lichtkegel und tasteten den Nachthimmel ab. Schwere Flanken tobte. »Woher sie bloß immer wieder die vielen Geschütze und die Unmengen Panzer nehmen«, murmelte Pfennigbauer Kopfschiffen. »Ich verstehe das nicht.« Sie kamen zu einem größeren Platz. Seine Breitseite nahm ein wuchtiger Ziegelbau ein. Mit einer fensterlosen Gassenfront, dem Zinnenkranz und den Türmen und Türmchen ähnerte er einer starken Zitadelle. Das war die Spinnerei. Hier waren Pioniere an der Arbeit. Sie schachteten die Bürgersteiger aus und schütteten Mauerbrocken und Schutz zu niedrigen Schutzwellen auf. Nach ein paar Spatenstichen mussten die meisten von ihnen eine Pause einlegen. Viele stammten auf die Schaufelstiele gestützt und keuchten. Wenig Schlaf, nichts im Magen, dazu die Kälte und die schwere Arbeit. Es war kein Wunder. Straßensperren regelten die auf dem Platz einmündenden Straßen und Gassen ab. Vor den Durchlässen stammten Sonderkommandos von der Feldpolizei und Heeresstreifen kämmten jeden Winkel durch. Wer nicht einer noch intakten Einheit angehörte oder sich nicht ausweisen konnte, kam zu den Versprengten und hatte nicht mehr viel zu erhoffen. Verwundete brachte man in eine Sanitätsparacke, wickelte ihre Verbände ab und sah nach, was darunter wirklich war. Es gab viele, die alles versuchten, nur um weiter nach hinten zu gelangen und zu verschwinden. Kampfstarke Kompanien hätte man aus solchen pfiffigen Kerlen zusammenstellen können. Trotzdem schlüpften immer wieder welche durch, tauchten in Kellern oder Schächten unter und warteten hier das Ende ab. Bei der Division erfuhr Oberleutnant Merzburg, dass jetzt auch der Flugplatz Bitomnik von den Sowjets überrollt worden war. »Bleib nur nach Kumrak«, sagte der 1C. »Wie das gehen soll? Jedenfalls wird in der Nähe von Stalingradzki ganz wild an einem Ausweichplatz gebaut.« »War immerhin so etwas wie eine gesunde Arbeitstherapie«, sagte Merzburg-König, »damit die Leute etwas zu tun haben und nicht alle auf einmal wahnsinnig werden, oder?« Der 1C erschrak und bekam es plötzlich mit der Eile zu tun. »Entschuldigen Sie mich, Herr Oberleutnant«, sagte er, »hastig. Es gibt viel für mich zu tun.« »Er hat's nicht leicht«, murmelte der 1A-Schreiber. »Soll den starken Mann spielen und glaubt selber nicht mehr daran.« »Wenn er gefangene Offiziere von ihm will, lachen sie ihm ins Gesicht und geben ihm den Rat, er möge sich lieber gut mit ihnen stellen.« »Es könnte nicht mehr lange dauern und dann«, he he. 35 Grad Kälte, heulende Stürme und Berge von Schnee. Es gab keinen Sprit und die Fahrer konnten die Motoren nicht wandelaufen lassen. Das Kühlwasser durfte aber nicht abgelassen werden, weil es jeden Augenblick weiter zurückgehen konnte. Der Zylinderblock des Funkwagens platzte, das Altregat stammt still. Die letzte Verbindung zur Außenwelt riss ab. »Aus«, sagte Feltje Willkoller, »aus und erledigt. Nichts mehr zu wollen. Die ganze großartige Technik ist im Eimer. Brieftauben müsste man jetzt haben.« Er erinnerte sich, dass irgendwo noch ein Batteriegerät herumliegen musste. Er kramte es unter Gerümpel hervor. In den Batteriezellen war nicht mehr viel drin. Matt, sehr matt. Trotzdem probierte er eine Beide herum. Ein Gepieze, wie von einem sterbenden Vögelchen, aber immerhin. Feltje Willkoller kroch geradezu in das Gerät hinein und diejenigen, die ihm gespannt zusahen, hielten den Atem an. »Na«, fand der Nersburg, »willst du vielleicht doch noch was?« »Ist schon wieder vorbei, Herr Oberleitnant.« Der Funker nahm den Kopfhörer ab und legte ihn behutsam auf den Tisch. »Ruhe in Frieden. Ausgebrannt. Das war die letzte Ölung.« »Was denn?« »Das habe ich gerade noch mitgekriegt. Gumrack ist geräumt worden. Wir sind hinausgeschmissen worden. Und jetzt der übliche Zirkus. Sämtliche Papiere sind zu vernichten. Die Gekados, geheime Kommandosachen, die Schlüssel, die Wehrpässe, alle Personalpapiere. Der große Ausverkauf beginnt. Wer will was billig haben? Die Visionen in allen Preislagen im Dutzend besonders billig.« »Heil, Gröfatz! Heil, Herr Meier!« Gröfatz und Meier waren die Spottnamen für Hitler und Göring. Mersburg empfahl sich und kletterte vom Wagen herab. An einer Hauswand lehnte ein Artillerie-Major. Er war Spezialist für den Straßenkampf mit schweren Waffen und erst am Vortag in den Kessel eingeflogen worden. Mersburg war mit ihm auf einem Lehrgang gewesen. »Ist denn im ganzen Großdeutschen Reich nichts mehr vorhanden, Herr Major?« Die Augen des anderen flackerten. »Doch, mein Lieber, allein in Frankreich stehen dreißig hervorragend ausgerüstete Divisionen, Gewehr bei Fuß. Aber Hitler gibt keine einzige frei.« »Warum?« »Die Invasion spukt in den Gehirnen herum. Er rechnet mit einer Invasion der Alliierten. Nichts zu machen.« Zwei Tage darauf ging Stalingradzki, der letzte Flugplatz im Kessel, verloben. Tausende von Verwundeten lagen auf freiem Feld herum. Sie waren auf allen Vieren hierher gekrochen, weil sie gehört hatten, dass sie ausgeflogen würden. Viele erfroren oder starben an Entkräftung oder verhungerten, ehe noch die russischen Panzer heranmalten. Ein Leichenfeld, in dem sich nur hier und dort etwas bewegte. Manche hatten die Fahrkarte um den Hals gebunden, die Anweisung eines leitenden Lazarettarztes, dass der Mann ausgeflogen werden könne. Jetzt galt auch dieses heißbegehrte und nur schwer zu erlangende Stückchen Karton nichts mehr. Jetzt waren sie alle gleich, und allen stand das Ende bevor, ohne Unterschied. Die Tartaren und Kalmücken, die Kirgisen und Burietten, Gerkuten und Baschkieren, die auf den gepanzerten Ungetümen hockten oder hinterherliefen, waren nicht sehr zart beseitet. Aber vor diesem grauenhaften Anblick stockte sogar ihnen der Atem. Ganz Stalingrad war zu einem Sarg geworden, in dem noch verlöschendes Leben pulste. Der Sarg war 25 Kilometer lang und 16 breit, und es rumorte in ihm gespenstisch herum. Es gab zwar keine geordnete Nachrichten über Mittelmeer, aber trotzdem sickerten hin und wieder aufpeitschende Parolen durch und verbreiteten sich in Windeseile. Einer schrie oder flüsterte sie dem anderen zu, je nachdem. Wie eine Bombe schlug die Nachricht ein, das Oberkommando ist in die Stadt gezogen, in die Keller des Kaufhauses am Roten Platz. Diese Kunde wurde gierig aufgesogen, und alles klammerte sich an diesen allerletzten Strohhalm. Der obergefreinte Mörschinger sprach aus, was sich viele seiner Kameraden dachten. Wenn das so ist, dann kann es nicht schlecht stehen. Wenn sogar die Kaiser herkommen, statt sich ausfliegen zu lassen, kommt bald was. Ihr werdet schon sehen. Der Hut bohrt sich bestimmt zu uns durch und holt uns von hier raus. Aber dann werden die Bolschewiken was erleben. Um ihn herum blick es still. Kein Jubel, keine Zustimmung, kein Echo, nichts. Nicht einmal Oberfeldwebel Pfennigbau verzog sein steinernes Gesicht. Mörschinger wurde unsicher. Ja, was denn, was denn? Was ist denn auf einmal in den Löch hineingefahren? Glaubt ihr denn an gar nichts mehr? Ja, ist es euch vielleicht gar nicht recht, dass man uns hier nicht verfallen lassen will? Schuppe, an was denkst du? Wenn du ein so blödes Gesicht machst, denkst du bestimmt an was. Schuppe zuckte zusammen. An was ich denke? Ich denke, ob sie wohl auch was zu fressen mitbringen werden. Aber das muss bald sein. Lange halte ich das nämlich nicht mehr aus. Mir ist der leere Brotbeutel schon zu schwer. Und so kalt ist mir, so kalt, ich glaube, mit mir ist überhaupt nicht mehr viel los. Der gefreite Emil Satzmann kam die Treppe herabgerutscht und brüllte. Ein Gaul, ein Munstrumpf von einem Vieh und fett wie eine Wachtel. Diese Funke zündete die fast schon erloschenen Lebensgeister wieder an. Alle rumpelten hinauf. Ein praller Russenballach hatte sich irgendwo losgerissen und spazierte jetzt zwischen den Schutthalten herum. Pfennigbauer lockte ihn heran und naschig erfeuerte ihn. Sie fielen über den Kadaver her und schleiften ihn in den Keller hinunter. Feuer brannte, ein verrostetes Ölfass war da. Emil Satzmann machte sich an die Arbeit. Sie schlugen sich die Bäuche mit halbrohem Pferdefleisch voll und schlurften gierig die fette Brühe. Ohne Brot und ohne Salz. Alles sah wieder freundlicher aus. Schuppe wischte sich über den Mund und strahlte glücklich. So, von mir aus kann es wieder losgehen. Lieber eine Kugel in den vollen Bauch hinein als ein Seitengewehr in einen leeren. Was hast du denn, Mörschinger? Ich weiß nichts, murmelte der Obergefreite. Bei mir drin muss was nicht recht stimmen. Das Vieh hat doch wie ein Scheudentür so groß vor mir gestanden. Ich habe auf den Schädel gezielt und gerade noch die Brust erwischt. Direkt geflimmert hat mir das Korn vor den Augen. Genau wie bei mir. Bei mir ist das vorhin auch so gewesen. Wenn der Bauch leer ist, rutscht eben alles runter und nach und hat keinen richtigen Halt mehr. Ab jetzt ist alles wieder schön fest. Jetzt geht's wieder. Ein johlender Haufen wälzte sich die Treppe herab. Abgerissene Lanzer und zerlumpte Zivilisten. Sie stürzten sich auf die Überreste, warfen das Fass um und prügelten sich um die letzten Brühe. Ab, sagte Merzburg, bei dieser Vorstellung müssen wir nicht unbedingt dabei sein. Zusammenpacken und alle raus. Als sie auf der Straße standen, meinte der Stabsgefreite Breitschädel, hätten wir nicht lieber doch so, Herr Oberleutnant. Nein, schnitt die Merzburg das Wort ab. Die sind fertig, die nehmen keine Vernunft mehr an. Der Wahnsinn ist doch so schon ungeheuerlich genug. Sollen wir jetzt doch noch auf die eigenen Leute schießen? Aber die Zivilisten, fuhr Feldbebel Rottkamp auf und balte die Fäuste. Sie haben genug durchgemacht, schließlich will jeder leben, und auf uns sind sie auch nicht losgegangen. Hören Sie nur, sie erschlagen sich gegenseitig. Eine Heeresstreife bog um eine Ecke herum. Wer seid ihr? herrschte der Streifenführer Merzburg an und hielt ihm eine 08 vor den Bauch. Soldbuch und die Erkennungsmarke her! Als er das Ritterkreuz erkannte, wurde er freundlicher. Trotzdem, heutzutage stimmt nicht immer alles. Ich muss Ihr Soldbuch sehen, Herr Oberleutnant. Herr Oberfeld, meldete ein Unteroffizier, da unten tut sich was und ganz wild. Der Streifenführer knipste seine Taschenlampe an und leuchtete in den Kellerraum hinab. Lauter Gesindel und natürlich Zivilisten glauben schon die Oberhand zu haben. Er gab dem Kompanie-Chef das Soldbuch zurück. Sie sehen ja selber, was sich hier tut. Überall treiben sich Ausreißer am Plünderer herum. Es ist nicht mehr feierlich. Wohin gehört dieser Haufen? Wache! Bei Divisionsstab Hörschmann! Gibt es nicht mehr. Divisionsstab ist keiner mehr da. Vor einer Stunde sind die Herren abgehauen. Ohne Trara und ohne Grüßgott. Ihr seht soweit recht anständig aus, ausnahmsweise will ich es also glauben. Drüben an der Ecke finden Sie den Abschnittskommandanten. Es wird am besten sein, ihr meldet euch bei ihm, aber bald. Auf Fahnenflucht steht die Kugel. Der Abschnittskommandant, ein weißhaariger Hauptmann mit einem ausgedörrten Vogelgesicht, winkte ab. Was soll ich mit euch anfangen? Macht, dass ihr hier rauskommt. Ich hätte es am liebsten auch, aber ich muss bleiben. Zum Wasserturm hinüber soll es angeblich noch gehen. Gute Reise! Einen freundschaftlichen Rat, wenn Sie wollen, Herr Oberleutnant. Tun Sie das Ding nicht ab. Lassen Sie es lieber recht sichtbar zum Hals heraushängen. Vielleicht klingt es komisch, aber die Bolschewiken haben vor sowas einen heiden Respekt. Schaden kann es auf keinen Fall. Also dann, Hals- und Beinbruch, Herr Kamerad. Ist es also schon so weit, Herr Hauptmann? Es ist. Darauf kann es sich verlassen. Stalingrad ist in drei Brocken zerschnitten, in Nord, Mitte und Süd. Jeder kämpft für sich alleine und auf eigene Faust. Stalingrad-Mitte ist am schwächsten und wird nicht mehr lange machen. Hier herum geht es gerade noch. Auch hier pressiert es den Herrschaften anscheinend nicht so sehr. Naja, wird schon noch werden. Entschuldigen Sie bitte, es ist nur mein leerer Magen, der so knurrt. Seit Tagen ist nicht mehr viel drin. Deutsche Flugzeugbesatzungen mogelten sich durch die Flaksperren, schlugen sich mit Ratas und Schlachtfliegern herum, kreisten über dem Kessel und warfen Versorgungsbehälter ab. Anders ging es nicht mehr. An guten Tagen kamen sie auf acht oder zehn Tonnen, meistens auf weniger. Und auch davon landete die Hälfte bei den Russen. Die Kampflinien verschoben sich von einer Stunde auf die andere und kein Mensch kannte sich aus, besonders in Stalingrad. Acht bis zehn Tonnen und mindestens 500 täglich wären nötig gewesen. Alle Pferde waren schon geschlachtet, jeder Vorratssack zehnmal umgestürmt und ausgeschüttelt, jedes Krümelchen aufgelesen und gierig verschlungen. Sowjetische Stoßtrupps und deutsche Widerstandsgrüppchen lagen in den Ruinenfeldern ganz nahe nebeneinander, oftmals nur durch einen Straßenzug, einen Platz oder ein Haus voneinander getrennt. Nicht selten sogar Wand an Wand. Wenn die eine Seite draufkam, ging das Gefetze los. Wer überlebte, zog weiter. Obwohl die Luft vor Frost geradezu klirrte, warnt es keiner Feuer zu machen. Der aufsteigende Rauch wäre zum Verräter geworden. Beide Seiten hatten es schwer. Aber die Sowjets waren in erdrückender Überzahl, bohrten sich meterweise vorwärts und gewannen an Boden. Als russische Fellmützen in der Gasse auftauchten, musste der Trupp Meersburg aus dem kleinen Pförtnerhäuschen heraus und weiter. Sie taten es schweren Herzens, weil das Quartier zentral geheizt war. Im Keller glühten mächtige Kokshaufen und behagliche Wärmestrich durch die zwei kleinen Stuben. Schubbe hatte eine kleine Verpflegungsbombe gefunden. In der war von allem was drin. Sie hatten sich die Bäuche vollgestopft und waren gerade dabei, die Gewehrmunitionen unter sich aufzuteilen. Als Beutelschläger hereinstürzte. »Sie kommen!« »Viele?« »Kann man nicht sagen, ich habe Granatwerfer gesehen!« »Dann ist es mindestens ein starker Zug.« »Wir hauen ab. Auf so etwas können wir uns nicht einlassen.« Wieder in die kalte Nacht hinaus. Die Gegend lag wie ausgestorben. Durch die winkelige Gasse schnaubte ein eisiger Wind und es begann zu schneien. Vor dem feuchten Mundschutz gefrohr der Atemdampf und rieselte als feiner weißer Staub auf die Brüsten. Hinter ihnen rührte sich nichts. »Sie werden die Zentralheizung entdeckt haben und sich jetzt ein wenig aufwärmen«, sagte Meersburg. »Uns kann das nur recht sein. Rechts und links von uns dürfte sich alles abgesetzt haben. Schauen wir, dass wir von hier fortkommen.« »Verdammte Sauerei«, fluchte Rauskamp durch die Zusammengebissen in Szene. »Nichts wie Rennen, Rennen, Rennen. Sind wir denn gar nichts mehr?« »Ein großer Dreck sind wir«, antwortete Rusch ruhig. »Der allerletzte Dreck.« »Aber wir sind nicht daran schuld.« »Natürlich, du«, bellte Rauskamp wütend, »wann man dich schon was fragt.« »Das hat alles keinen Sinn, meine Herren. Damit ist uns nicht geholfen. Wir müssen zusehen, dass wir Anschluss finden.« »Und die guten Sachen sind auch beim Teufel«, klagte Schuppe. »In dem Wirbel ist mehr als die Hälfte liegen geblieben. Ich hätte ja gern noch, aber ich hab nicht mehr können, beim besten Willen nicht mehr.« »Bei euch braucht man Nerven«, bellferte Rauskamp und schritt rascher aus. »Es ist schon einmal nicht anders«, murmelte Feldwirbel Rorsch, »hier nicht, und wenn du dir Nerven verlierst, bist du auch schon so viel wie gestorben und begraben.« Rorsch redete nicht viel, aber wenn er einmal den Mund auftat, hatte es Hand und Fuß. Fennigbauer blieb plötzlich stehen und hob die Hand. Aus einem zerstörten Haus waren Männer herausgetreten. Deutsche Mäntel, vermummte Gesichter ohne Stahlhälme. Sie schleppten wulstige Bündel. »Plünderer Gesindel«, fauchte Rauskamp und drehte seinen Karabiner um. »Die werden jetzt gleich was erleben.« Es waren russische Hilfswillige. Als Rauskamp auf sie zugestürzt kam, fielen sie auf die Knie und hoben bittend die gefalteten Hände. Fennigbauer Kauder wälschte mit ihnen herum. »Sie haben sich Zivilkleider organisiert. Wenn sie von ihren Landsleuten in deutschen Uniformen erwischt wären, geht es ihnen vielleicht.« »Lasst sie laufen«, entschied der Kompaniechef. »Sie müssen die Rotarmisten mehr fürchten als wir. Ich möchte nicht in ihre Haut stecken.« Die Hiwis bedankten sich überschwänglich und verschwanden. Der Wasserturm der Gießerei stand wie ein abgebrochener Pfahl vor dem mattleuchtenden Himmel. Das war ungefähr die Richtung, in die sie mussten. In großer Höhe klapperte der langsame russische Aufklärer über sie hinweg, und jenseits der Wolke schwenkte ein Scheinwerferkegel von rechts nach links. Sehen Sie sich das an, Kollege Möll, sagte Stabsarzt Dr. Köhler. Wie soll man da noch viel von der Menschheit halten? Im Winkel des eisigen Kellergebäubes lag ein junger Mensch, fast noch ein Kind, starr und tot. Die Tränen auf den eingefallenen Wangen waren zu dicken Eistopfen gefroren, die Nase spitz und schneeweiß, die Beine mit schmutzigen Lappen umwickelt. Vor ein paar Stunden haben sie ihn gebracht, von irgendwoher. Grenadier Fritz Schulte oder so ähnlich, Jahrgang 24. Er ist wahrscheinlich noch nicht ganz 19 Jahre alt oder jung, wenn Sie wollen. Jetzt sagen Sie, was hätte ich mit ihm machen sollen? Der Assistenzarzt warf einen Blick auf den Lazarettzettel und murmelte. Ein alltäglicher Fall, völlige Erschöpfung, Schulterdurchschuss, Erfrierungen der unteren Extremitäten bis in die tiefen Gewebeteile hinein. Ganz recht, alltäglich, nichts Besonderes, regt auch keine Katze mehr auf. Was hätte ich mit ihm machen sollen? Ihm vielleicht mehr haben wir ja nicht eine Holznarkose geben und bei lebendigem Leib die Beine über den Knien absäbeln. Dr. Köhler seufzte. Wozu? So ist es für ihn leichter und einfacher gewesen. Hätten wir nicht heute zurückverlegen sollen? Allerdings, aber womit und wohin? Das haben uns die Jahre nicht verraten. Es ist ein Jammer, murmelte der Assistenzarzt. Keine Fahrzeuge, kein Sprett. Der Stabsarzt nickte heftig. So ist das, aber dieses Sprüchlein kennen wir schon auswendig. Geholfen ist uns damit nicht, und was soll mit den armen Kerlen geschehen? Sollen wir sie einfach liegen lassen und davonlaufen? Bevor der Plöschel umgekippt ist, hat er sie zählen wollen. Bis 943 ist er gekommen, dann hat er es aufgegeben. Und dabei sind wir nur eine ganz kleine Quetsche. Er legte beide Hände auf die Schultern des Assistenzarztes. Gehen Sie, lieber Herr Kollege Möll, laufen Sie, solange es noch geht. Ich bleibe hier. Ich kann zwar den Leuten nicht helfen, aber es muss jemand da sein, der Ihnen gut zuredet und Ihnen die Augen zudrückt. Und später dann in den sibirischen Lagern werden Ärzte gebraucht werden. Ich kenne das. Ich habe das schon einmal mitgemacht. Fünfeinhalb Jahre lang. Ich bin kein Neuling. Auch ich bleibe, Herr Stabsarzt, sagt der Dr. Möll leise. Unsinn! Werden Sie mir bloß nicht kindisch. Machen Sie, dass Sie von hier wegkommen. Verschwinden Sie. Sie sind noch jung. Sie haben noch Eltern, eine Frau, Kinder. Auf mich wartet niemand mehr. Adieu! Dr. Köhler stieg in den untersten Keller hinunter. Hier lagen die aussichtslosen Fälle. Das Häuflein hockte in einem verschütteten Abwasserschacht. Rundherum waren Russen. Auch sie hatten sich unter die Erde verkrochen, denn ihre eigene Artillerie fetzte herein und pflügte die Schutthaufen jetzt schon zum x-ten Male um. Am hellen Tag war nichts zu machen, vielleicht sobald es dunkel wurde. Sie hockten frierend beisammen und zählten ihre Patronen. Es musste sehr sparsam mit ihnen umgegangen werden. Marschinger hatte einen toten Sowjetsoldaten die Maschinenpistole abgenommen und dazu zwei volle Trommelmagazine. Zusammen waren das über 150 Schuss. Wenn ihn die Russen damit erwischten, stand es schlecht für ihn. Er wusste, dass aber 150 Schuss warf man Ende Januar 1943 nicht einfach fort. Schubbe hatte nur noch einen Ladestreifengewehr Munition und drei Patronen in der Kammer. Er schenkte sie dem gefreiten Satzmann. »Weil du so prima für uns gekocht hast, Emil.« Er suchte sich eine Eisenstange. Als es dunkel wurde, machten sie sich fertig. Das Artilleriefeuer ließ nach. Sie zerlegten die Spannenschlösser ihrer Maschinengewehre und vergruben die Teile im Schutt. Es wäre sinnlos gewesen, das schwere Zeug mitzuschleppen. Auf Munition war nicht mehr zu hoffen. Doll ging auf Erkundung aus. Er kam gleich wieder zurück und erklärte, »Alles sind Butterherrschaften, kein Ivan zu sehen, die Gasse ist wie leergefegt.« Sie krochen also aus dem Schacht heraus und machten sich auf den Weg. Die Russen wussten nichts von ihnen. Vielleicht gelang es, und sie kamen durch. Sie mussten beisammen bleiben. Fettwebel Rüsch und Rosskamp übernahmen die Spitze, Merzburg und Fettigbauer machten den Schluss, wie immer. »Wen ist erwischt, der wird zurückgelassen,« hatte der Kompaniechef erklärt. »Ganz gleich, wer es ist. Wenn noch nur zwei oder drei durchkommen, ist das immer noch gescheiter, als wenn alle dran glauben müssen, weil sie einem oder dem anderen helfen wollten. In dieser Lage können wir uns das nicht leisten.« Er ging zur Spitze vor und schickte Rosskamp zurück. »Herr Oberleutnant, Sie haben doch immer das Schlusslicht gemacht,« wunderte sich Rüsch. »Ist das auf einmal wieder anders?« »Nur für diesmal und bis Sie durch sind. Dann drehen wir die Sache wieder um und ich bleibe hinten. Verstehe ich nicht,« knurrte der Fettwebel. Es ging erstaunlich gut. Über den offenen Marktplatz, den Merzburg für den gefahrvollsten Teil des Weges gehalten hatte, kamen sie ungesehen hinüber und huschten anschließend in ein schmales Gässchen hinein. Man konnte sich's nicht lange aussuchen. Hier wölbten sich altmodische Bogengänge über den Bürgersteig und drängten den Fahrstreifen noch enger zusammen. Und hier passierte es. Hinter einem Pfeiler stand ein russischer Doppelposten. Es waren zwei kleine, stämmige Männer. Merzburg bemerkte sie erst, als er schon auf gleicher Höhe mit ihnen war. Der eine glotzte verdutzt herüber, der andere war heller. Er riss das Gewehr hoch und feierte. Schubbe schnellte vor und schlug ihn mit der Eisenstange nieder. Merzburg hieb dem Zweiten die Faust ins Gesicht. Dann rannten sie weiter die Gasse herunter. Der Schuss hatte alles rebellisch gemacht. Hinter ihnen wurde getrampellaut und Stimmen brüllten. Eine Leuchtkugel zischte zum Himmel und zerplatzte knatternd. Sie bestrahlte aber nur die nackten Dachsparren. In der schmalen Gassenflucht blieb es finster. Das kleine Häuflein rannte um sein Leben. Eine Straßensperre. Aber niemand davor, niemand dahinter. Drüber, weg und weiter. Der Oberleutnant blieb stehen und wartete, bis Pfennigbau und Roskamp da waren. Noch waren alle beisammen. Roskamp, nach vorn! Die Gasse mündete in eine breite Straße ein. An den Häuserwänden waren Schützenlöcher gegraben, in denen vermummte Gestalten kauerten. Sie rührten sich nicht anscheinend, dösten sie. Rürsch rannte nach rechts hinunter, wechselte im Schutz eines umgestürzten Tankwagens auf die andere Straßenseite hinüber und bog in die nächstbeste Quirngasse ein. Die anderen ihm nach. Meersburg, Keuchte. Ich glaube, wir haben's geschafft. Gewehrschüsse peitschten auf und die Geschosse prasselten gegen die Ziegelmauer. Den Kompaniechef riss es nach vorn. Er taumelte und schlug zu Boden. Pfennigbauer sprang ihn zu, packte ihn und schleifte ihn in die Gasse hinein. Mörschinger und Schubbe waren auch schon da und wollten den Stöhnenden aufheben. Er wehrte sich und stieß sie zurück. Lauft, keinem wird geholfen. Mit mir ist es nichts mehr. Im Bauch. Meersburg kroch auf allen Vieren zur Straßenecke zurück, zog die Pistole und feuerte auf die heranstürmenden Rotamnisten. »Herr Oberleutnant«, kreischte der obergefreite Schubbe entsetzt, »lauft, das ist ein Befehl!« Um ihn herum stolpte es auf, die Pistole fiel ihm auf der Faust. »Ihr Hunde«, brüllte Maschinger, »Ihr verfluchten Hunde!« Aufrecht stehend schoss er das halbe Magazin her. Das Dauerfeuer riss die vordersten Sowjets nieder. Die anderen zogen sich auf die ehenseitige Straßenseite zurück und gingen in Deckung. Pfennigbauer und Schubbe packten den tobenden Obergefreiten und zerrten ihn mit sich fort. Noch eine verzweifelte Hetzjagd und sie waren durch. Deutsche Stahlhelme tauchten auf und eine abgeblendete Taschenlampe leuchtete in ihre verzerrten Gesichter. »Wo kommt denn ihr her?« »Von einem Begräbnis«, schluchzte Schubbe. »Und wen habt ihr begraben?« »Oberleutnant Merzburg«, sagte Pfennigbauer mit rauer Stimme. »Da vorn liegt er.« »Mersburg? Ist das denn mit dem Ritterkreuz und dem verbrannten Gesicht?« »Ja, der ist unser Kompaniechef gewesen.« »Du lieber Himmel, und ich habe ihn überall gesucht!« Es war Oberwachtmeister Paul Sträube, der das gesagt hatte. Pfennigbauer musterte die Männer. »Was ist denn hier los? Ihr steht ja da wie die Flurhüter, ganz blank. Nicht einmal Pistolen habt ihr!« Der Oberwachtmeister verzog das Gesicht. »Brauchen keine mehr. Auch ihr könnt eure Schießbrügel gleich wegschmeißen. Und überhaupt hättet ihr ruhig drüben bleiben können, wäre auf dasselbe rausgekommen.« »Was hast du? Was redest du da herum?« »Kapitulation«, murmelte Paul Sträube. »Vor zwei Stunden ist es durchgekommen. Die sechste Armee hat kapituliert.« Pfennigbauer starrte den Oberwachtmeister entgeistert an. Die Waffen wurden auf Haufen zusammengeworfen, nicht einmal Taschenmesser und Rasierklingen durften behalten werden. »Wer mit Waffen, Munition, Sprengmitteln oder sonst wie gearteten Gegenständen angetroffen wird, mit denen man Verletzen oder Sabotage betreiben kann, wird auf der Stelle erschossen,« hieß es. Alles machte sich bereit, um gemäß dem Aufruf des sowjetischen Oberkommandos zu den Sammelplätzen zu marschieren. Verwunderte und Kranke sollten vorläufig in den Lazaretten bleiben. Offiziere und Beamte im Offiziersrang hatten sich von den Mannschaftspersonen abzusondern und weitere Weisungen abzuwarten. Was weiterhin sein würde, konnte niemand voraussagen. In Stalingrad-Mitte und in der Südstadt herrschte eine beklemmende Stille. An einigen Stellen in der Nordstadt wurde noch gekämpft, noch drei Tage lang. Der Trupp Pfennigbauer hatte sich in einem Waagehäuschen zusammengedrängt. Die Stimmung war auf dem Gefrierpunkt gesunken. Was würde jetzt kommen? Sie schwiegen und hingen trüben Gedanken nach. »Und was machen wir jetzt wirklich?«, fragte Roskam ratlos. »Was ihr wollt,« antwortete Pfennigbauer, »Befehlsgewalt gibt es keine mehr. Jeder kann also machen, was er gerade will, solange ihm die Ivans nicht dabei erwischen.« Der gefreite Emil Satzmann horchte auf. »Sie denken an was, Herr Oberfeld?«, sagte er und blinzelte. »Wollen Sie uns nicht verraten, an was Sie denken?« Pfennigbauer zögerte. »Es ist bloß so eine Schnapsidee, ein ganz verrücktes Hirngespinst. Lassen wir das.« »Herr Oberfeld«, drängte dollbittend. »Fennigbauer winkte ab.« »Es gibt kein Oberfeld und kein General mehr. Alle miteinander sind wir jetzt Kriegsgefangene. Arme, rechtlose Luder, mit denen Sie machen können, was Sie wollen.« »Es ist aus, doll.« »Glaub ich nicht,« widersprach der Obergefreite. »Sie haben sich bestimmt schon wieder was ausgedacht. Ich sehe es Ihnen an. Und wir kennen Sie doch. Jeder von uns kennt Sie ganz genau. Ihnen und dem Oberleutnant verdanken wir ja, dass Sie überhaupt noch leben.« »So ist das,« bestätigte Marschinger eifrig. »Und weil jetzt der Oberleutnant tot ist und nicht mehr kann, müssen Sie alles allein machen. Sie werden das schon schaffen.« »Darann gibt es nichts zu drehen,« knurrte Bottelschläger. »Aber damit Ihr es genau wisst, in die Gefangenschaft gehe ich nicht. Lieber irgendwo verrecken, das geht wenigstens schneller.« »Und was meinen die anderen dazu?« Jetzt redete sogar Schubbe mit. Er kratzte sich am Kopf und meinte, »So blöd kann doch keiner sein, dass er sich wie ein Stück Vieh irgendwo hintreiben lässt. Ich nicht, ich bei Gott nicht.« »Das so vernagelt ist doch keiner von uns,« nickte Rösch. »Also heraus mit deinem feinen Plan, Fennigbauer. Du willst doch von hier abhauen. So viel habe ich schon gemerkt.« Der Oberfeldwebe blickte von einem zum anderen. »Der Rösch hat recht. Ich haue ab. Wer will, kann mitmachen. Aber überlegt Euch das gut. Wir haben fast keine Chance, dass wir durchkommen. Wenn Sie uns erwischen, erschlagen Sie uns mit dem Gewehrkolben. Überlegt es Euch also gut.« »Gibt nichts zu überlegen,« sagte Breitschädel gelassen. »So viel Zeit ist nicht mehr.« Wer also mitmachen will, hebt die Hand. Acht Hände fuhren in die Höhe. »Einstimmig beschlossen,« stellte Marschinger befriedigt fest. »Und ich schlage vor, unser Chef ist der Pfennigbauer. Nur, was er sagt, geschieht. Sonst nichts.« »Richtig,« brummte Rosskamp. »Wenn uns jemand vielleicht von hier herausbringen kann, ist es der Pfennigbauer.« »Und kochen muss der Emil,« meldete sich Schubbe. »Was wird's geben?« »Lauter, brennend heiße Suppen, meine Herren,« seufzte der Oberfeldwebel. »Die Augen werden uns übergehen und die Zungen heraushängen. Macht Euch fertig.« »In welche Richtung geht es?« erkundigte sich Rösch. »Es ist nur für den Fall, dass wir auseinandergerissen werden.« »Aus Stalingrad heraus, durch den Russenring und auf den Axei zu. Irgendwo da muss Rot stehen.« »Und wie weit ist das?« »Schwer zu sagen.« »Schnurgerade, werden wir nicht abhauen können.« »Zweihundert Kilometer, vielleicht auch ein paar mehr. Kommt ganz drauf an.« »Eine Kleinigkeit«, brummte Roskam giftig, »machen wir wie nichts. Los!« Sie warfen ihre Waffen fort und suchten sich Stecken. Durch Stalingrad ging es so einigermaßen. Die sowjetischen Stoßtrupps hatten sich da, wo sie gerade gestanden hatten, eingeigelt und warteten Verstärkung ab. Sie unternahmen nichts. Überall zogen und humpelten Scharen grauer Gestalten und strömten zu den Sammelstellen. In diesem Hin und Her fiel das Häuflein nicht auf. Es gab mehrere kleine Trupps, die ähnliche Fluchtabsichten hatten. Aber sie verdrückten sich und suchten keinen Anschluss. Größere Haufen hatten keine Chance. In den Fuhrorten wurde es Brenzleger. Aber auch hier hatten sie Glück, und es ging alles gut. Bei einer Autobushaltestelle starrte ein starker Trupp Rotarmisten. Ihr Natschalnik winkte fröhlich herüber und lachte und schrie »Seres Wüte, Gerdemanski!« Doll winkte zurück und schwang seinen Stecken. Die anderen stellten sich ganz armselig und humpelten. »Der Mann ist nicht übel«, stellte Breitschädel fest. »So kennen wir sie noch gar nicht.« »Sie können leicht lachen«, zischelte Maschinger wütend. »Diese Runde geht ja an Sie.« Jetzt ging es in die Steppe hinaus. Und jetzt kam es ganz darauf an. Der Himmel schickte ein dichtes Schneegestöger. Man konnte die Hand kaum vor dem Gesicht erkennen. Pfennigbauer hielt sich an seinen Kompass und marschierte schnurgerade nach Süd-Süd-Westen. In diese Richtung lag Wasilewski. Bis dahin waren die Spitzen Hots schon einmal vorgeprallt und hatten einen Brückenkopf gebildet. Sie hatten sich dann aber wieder über den Aksai zurückziehen müssen. Vor ihnen stand eine wabernde weiße Wand, überall loderten Lagerfeuer. Nach ihnen konnte man sich richten. Sie schwindelten sich durch, aber die Umwege kosteten Zeit. Als es grau zu werden begann, kam sie zu einer Straße. Sie führte aus Stalingrad heraus, schlug einen Bogen, mündete in eine Rollbahn und lief nach Süden weiter. Auf ihr wäre es leichter gegangen, aber hier herrschte dichter Verkehr. Scheinwerfer tauchten aus dem Gestöbe heraus, groß und strahlend wie Sonnen, Motoren brummten und Raupenketten klirrten. Also, quer über die Felder. Hier lag der Schnee fußhoch. Oftmals versanken sie bis an die Hüften und mussten sich mühsam wieder herausarbeiten. Pfennigbauer, Rösch, Rosskamp, Mörschinger und Schubbe hatten noch Kräfte und hielten das eine Weile aus. Aber die anderen keuchten und konnten bald nicht mehr weiter. Immer wieder mussten sie stehen bleiben und verschnafen. In einer winzigen Heubude ruten sie ein wenig aus. In dem Raum stand ein eisernes Feldbett, eine Bank und ein Wehrmachtstelefonkasten. »Da, schau her«, sagte doll überrascht, »hier kann man sogar telefonieren. Die haben doch an alles gedacht.« »Ja, dann mach endlich schon«, fluchte Breitschädel wüten, »ruf das Führerhauptquartier an und sage ihn, sie sollen uns ein Taxi schicken.« Pfennigbauer hatte noch ein paar Zigaretten. Er brannte sich eine an, tat einen tiefen Zug und reichte sie weiter. Die Zigarette wanderte im Kreis herum und täuschte jedem ein Stückchen Glückseligkeit vor. Nach einer halben Stunde ging die Wühlerei wieder los. Es wurde immer schlimmer. An vielen Stellen hat es den Schnee zu hohen Wächten zusammengeweht. Und es gab tückische Löcher darunter. Emil Satzmann verschwand plötzlich von der Oberfläche. Sie werkten fast eine Stunde, bis sie ihn wieder heraus hatten. Er war zu einem Eisklumpen zusammengefroren und halb erstickt. »Auf diese Weise bringen wir uns Silber um«, sagte Pfennigbauer schließlich. »Wir gehen auf der Rollbahn weiter.« Auf der Straße herrschte im Augenblick Ruhe. Kein Fahrzeug ließ sich sehen. Das Schneetreiben hatte nachgelassen, und der Himmel wölbte sich strahlend blau über ihnen. Hochdrogen schwamm ein Flugzeug und hielt auf Stalingrad zu. Es war die letzte deutsche Maschine, die über dem ausgeglühten Trümmerhaufen kreiste und vergeblich nach Spuren von Leben suchte. Das war am 3. Februar 1943. Dieser Tag war wie jeder andere und gewann erst viel später an Bedeutung. Damals hatten die Lanzer andere Sorgen. Der kleine Trupp marschierte weiter. Plötzlich sprang Pfennigbauer hinter einen Schneehaufen und duckte sich. Die anderen taten es ihm nach. Und jetzt sahen sie es alle. Querfeld ein und parallel zur Rollbahn fägten zwei Motorschleppen dahin und zogen wehende Schneefahnen hinter sich her. Auf den Pritschen hockten wulstige Feldbändel und dünne Rohre stachen in die Luft. Die Schlitten nahmen genau den Weg, den Pfennigbauer vorhin noch gehen wollte. »Schwein muss man haben«, schnaufte Maschinger. Sie sahen die patrouillierenden Motorschlitten nach und vergaßen für einen Augenblick alles andere. Die Nacht verbrachten sie in einem Waldstöcke. Es war bitterkalt und sie froren. Schubbel dampfte im Fieber und klagte über heftigen Durst. Rösch drückte ihm eine Handvoll Schnee auf die heißen Lippen. Der Obergefreite schluckte gierig und erbrach grünlichen Schleim. Er begann um sich zu schlagen und wollte sich die Kleider vom Leib reißen. Pfennigbauer und Rösch hatten Mühe, ihn niederzuhalten. Am Morgen ging es ihm etwas besser und er konnte sich aufrichten. Zwischen den Stämmen lag der Schnee nicht sehr hoch. Sie kamen besser voran. Russen bekamen sie nicht zu Gesicht. Gegen Mittag waren sie am Ende ihrer Kräfte und mussten rasten. Der Wald wollte kein Ende nehmen. Am Nachmittag erkannte Pfennigbauer, dass die Kompassnadel eingefroren war und immer nur auf einen Punkt zeigte. Diese Feststellung warf ihn nahezu um. Den anderen sagte er aber nichts davon. Wo befanden sie sich jetzt wirklich? Waren sie vielleicht im Kreis herumgerannt? Die nächste Nacht verbrachten sie in einer Kühlerhütte. Auf dem Lehmofen hockte ein uralter Rosse und leierte immerfort Gebete. Aus ihm war nichts herauszubringen. Schube begann heftig, er zu fiebern und irre zu reden. Als sie aufbrechen und weiterziehen wollten, konnte er nicht mehr auf die Beine. Beutelschläger und Breitschädel zimmerten aus Latten und zwei Zeltplan eine Trage zusammen. Eine Weile ging das, aber bald mussten die vier Männer an die Tragholme heran. Der Hunger und die Kälte hatte ihnen das Mark aus den Knochen gesogen und sie konnten sich selber kaum noch auf den Beinen halten. Rechts von ihnen zogen Russenkolonnen vorüber auf Stalingrad zu. Die grauen Elendsgestalten beachteten sie mit keinem Blick. In diesen Tagen war Dela im Vorgelände der Stadt und der Volga nichts Besonderes. Auf freiem Feld stand ein ausgebrannter deutscher Panzer bis auf den Turmrand zugeweht. Um ihn herum waren kleine runde Löcher im Schnee und in jedem Loch steckte etwas Fleischböchsen, Brot, Verbandsbäckchen, Fischkonserven, Zigarettenpackungen, Blechschachteln voll Gewehrmunition und kleine Sprengladungen. Eine Verpflegungsbombe war vom Himmel herabgefallen und auf den Turm draufgeknallt. Der Behälter war geplatzt und sein Inhalt lag jetzt ringsum im Schnee verstreut. Der Gefreiter Emil Satzmann zerriss ein paar Verpackungskartons zu kleinen Stückchen und fachte in einer Mulde ein Feuerchen an. Über ihm tauten sie das beinhart gefrorene Brot und das Büchsenfleisch oberflächlich auf und schlangen die Brocken gierig herunter. Schubbel lag mit geschlossenen Augen auf der Trage, sein Gesicht war jetzt wachsgelb und die Augen lagen in schwarzen Höhen. Als ihm der Gefreiter ein bisschen Fleisch zwischen die Lippen schieben wollte, drehte der Obergefreiter den Kopf zur Seite. Er seufzte tief auf, und dann war es vorbei. Sie verscharrten ihren toten Kameraden im Schnee und zogen weiter. Der Schubbe seufzte Feldwebel Rorsch bedrückt. »Er hat's hinter sich. Und was wird aus uns werden?« »Nicht daran denken«, murmelte Pfennigbauer. »Russland ist groß, und überall sterben Menschen. Wenn wir uns in schwarze Gedanken hineinbohren, werden auch wir bald fertig sein.« »Aber es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn einmal einer, an dem man sich gewöhnt hat, nicht mehr ist«, murmelte Maschinger. »Das stimmt. Aber deswegen bleibt die Welt nicht stehen. Und der Krieg auch nicht. Solange uns die Beine tragen, wird marschiert. Nur nicht gröbeln und nicht nachdenken. »Rorsch, gib mir bitte noch eine Zigarette.« Er schritt rascher aus, und die anderen schlichen hinter ihm her. An ein gutes Ende glaubte keiner mehr. Als es dunkelte, stießen sie auf einen unbeschädigten Erdbunker. Er war leer. Der Boden war mit einer dicken Schicht Stroh bedeckt. In einem Winkel lag eine dicke Decke. Breitschädel schielte verlangend hinein. »Nur eine oder zwei Stunden«, schlug er vor, »meine Beine wollen gar nicht mehr. Sie sind wie aus Glas. Ich getraue, mich kaum mehr aufzutreten. Den anderen wird's nicht viel anders gehen. Eine kurze Rast, und schon geht's wieder.« »Nein«, fuhr ihn Pfennigbauer hart an, »wenn wir uns jetzt hinlegen, kommen wir nicht mehr hoch. Das ist nur der tote Punkt. Beißt die Zähne zusammen und macht weiter, dann kommt ihr drüber. Vorwärts!« »So ein Schinder«, fuhrte Breitschädel bösartig, »jetzt lässt er die Katze aus dem Sack. Hört nicht auf ihn!« Mörschinger packte seine Eisenschlange fest an. »Noch ein Wort, und ich schlag dir den blöden Schädel ein.« »Der Pfennigbauer hat schon recht, und wir marschieren weiter. Wenn du schon unbedingt verrecken willst, dann kriech in Gottes Namen in das Grabloch hinein und mach das alles mit dir allein ab.« Der starfsgefreite Breitschädel murmelte etwas vor sich hin und blieb zurück. Er wartete eine Weile. Weil sich jedoch keiner nach ihm umdrehte oder gar zurückkam, trottete ihn wieder nach. »Du hast es dir also überlegt,« brummte Mörschinger versöhnlich. »No, dann ist ja alles in Ordnung. Wäre auch nicht sehr gescheit gewesen, die sie schon den Greck miteinander durchgemacht haben.« »Du hast recht,« murmelte der starfsgefreitet. »Ich wusste gar nicht.« »In meinem Kopf muss was nicht stimmen.« »Auch, immer, der Pfennigbauer, aber war auch nicht.« »Ausgesagt.« »Er hat bloß.« Er biss die Zähne zusammen und stapfte weiter. Seine Augen klebten an der pendelnden Leuchtnadel des Kompasses. Von Zeit zu Zeit hauchte er sie an. Wenn einer zurückblieb, herrschte er ihn grob an und trieb ihn vorwärts. Obwohl er selber zum Umfallen müde war, machte er den Weg zweimal, aber er gab nicht nach. Stunde um Stunde verging. Sie schwankten und torkelten durch die Nacht, strauchelten, fielen hin, rappelten sich wieder auf und taumelten weiter. Es wollte kein Ende nehmen. Roskamp war still geworden. Auch Mörschinger schimpfte und fluchte nicht mehr. Ihr Atem ging rasselnd. Sie waren so erschöpft und ausgelaugt, dass sie nicht einmal mehr die grimmige Kälte spürten. Ein vereister Bachlauf, ein raschelnder Schilfgürtel, dann ein sanft ansteigender Hang. Verschneite Hüttendächer wuchsen vor ihnen auf. »Halt! Stoi!« Im Schnee bewegte sich ein schwarzer Klumpen. Gewehrverschlüsse klickten und ein MG-Lauf schwenkte herüber. Eine vorgeschobene deutsche Fettsicherung. Der Leutnant starrte die grauen Gespenster an. »Wo kommt ihr her?« Von Stalingrad herüber, murmelte Pfennigbauer müde. Von Stalingrad. Drei Port-de-Pet-Träger und fünf Mannschaften. Keine besonderen Vorkommnisse. Drei Port-de-Pet-Träger und fünf Mannschaften. Drei Port-de-Pet-Träger und fünf Mannschaften. Untertitelung des ZDF, 2020